Ja, hallo, herzlich willkommen. Nach nur einem Tag Pause geht es heute weiter. Jetzt habe ich hier den Lautsprecher noch an. Das ist natürlich schlecht, aber das Problem haben wir auch ganz schnell gelöst, Technik der Welt. Nach nur einem Tag Pause jetzt die Vorlesung für C++ nach der Übung gestern. Ich hoffe, ihr habt das alle gut verdaut, habt alle wieder hierher gefunden und habt Lust, es auch weiterzumachen. Ich freue mich ganz doll auf diese Vorlesung heute, weil das eben eines der wichtigsten oder nicht wichtigsten Unterschiede des Verkehrs. Es gibt viele Unterschiede von C++ zu anderen Programmiersprachen, aber architektonisch eben eines der großen Unterschiede von C++ zu den meisten oder vielen anderen Programmiersprachen ist, dass wir die Möglichkeit haben, Mehrfachvererbung zu machen. Und das ist das ganz große Thema heute, Mehrfachvererbung. Philusch, dir auch einen schönen guten Abend. Schön, dass du hierher gefunden hast. Wir wollen auch gar nicht uns großartig aufhalten. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach mal den Hintergrund schon ändern. Dann nehmen wir einfach mal die Ebene raus. können den Chat schon zuschalten, dass der einfach mal mit im Blick bleibt. Der Moldi, dir auch einen schönen guten Abend. Schön, dass du mit hergefunden hast. Und gehen auf das Whiteboard an dieser Stelle und wechseln hier auch noch mal die Kameraposition. Ich habe heute so viel mit den Kameras gespielt und hier im Büro verändert. Also nicht für diesen, für die Vorlesungen, sondern für zwei andere Vorträge die ganzen Grundpositionen eingegeben, um eben einfach besser gerüstet zu sein. Das war bestimmt Andreas aus der Ferne. Andreas, ja, schönen Abend für dich auch. Ganz liebe Grüße aus Berlin ins ferne Münsterland. Und wir fangen, wie gesagt, auch gleich mit den entsprechenden Themen an. Wir hatten die Verärmung für uns schon angeguckt, dass eben bestimmte Informationen von einer Basisklasse auf die abgeleitete Klasse übertragen werden können. Und das muss ich mir wirklich merken, wo ich tendeniere, meine Brille hinzulegen, dass das eben entsprechend übertragen wird. Und das ist eines der Grundprinzipien der objektorientierten Programmierung ist. Wir hatten uns das Ganze auch ein bisschen tiefer angeguckt und haben gesagt, okay, wir haben über das Überladen gesprochen, frühe Bindung. Ich hatte das gestern in dem Beispiel, glaube ich, auch noch mal gezeigt, dass es eben ein Unterschied ist zwischen einer Polymorphen, einer virtuellen Methode mit der späten Bindung, mit Late Binding und auf der anderen Seite der frühen Bindung und dem Überladen der Möglichkeit, Funktionen zu überladen. Wie gesagt, abstrakte Klassen haben wir noch vor, Mehrfachvererbung haben wir noch vor, einfache Vererbung haben wir geguckt. Das habe ich vergessen gehabt, deswegen hier an dieser Stelle nochmal die Erinnerung an die Sichtbarkeitsregeln. Der Vollständigkeit halber, das ist die Wiederholung aus dem Anfang, als wir uns über Klassen unterhalten haben, dass wir gesagt haben, okay, das gibt das Prinzip Information Hiding oder die Datenkapselung in der objektorientierten Programmierung und das können wir in C++ mit den drei Schlüsselwörtern Public, Protected und Private steuern. Generell heißt es immer, Protected braucht man eigentlich nicht. Protected ist so ein bisschen aufgeweichtes Private und so ein bisschen aufgeweicht wollen wir eigentlich nicht. Insofern solltet ihr in euren Programmen wirklich versuchen, möglichst mit Public und Private auszukommen, um saubere Architekturen zu bauen. Aber wir haben die Möglichkeit, diese Abkürzung zu nutzen und zu sagen, innerhalb der Hierarchie nach unten können die Funktionen auch aufgerufen werden. Das ist Protected, aber eben nicht von außen kann auf diese Klasse zugegriffen werden. Und diese drei Schlüsselwörter, die können wir in der Vererbung wieder verwenden. Das heißt, wir haben diese Sichtbarkeitsregeln auch in der Vererbung. Das heißt, wir können bei der Vererbung entweder Public vererben, Protected vererben oder eben Private vererben. Wenn wir Public vererben, ändert sich nichts. Das heißt, die Sichtbarkeitsregeln der Basisklasse werden 1 zu 1 auf die abgeleitete Klasse übertragen. Alle Public Funktionen oder alle Public Datenelemente bleiben Public. Alle Protected bleiben Protected und alle Private sind Private. Die spielen eh keine Rolle, weil an die komme ich ja so ohne weiteres auch nicht tragen. Ich kann aber auch hingehen und kann das Schlüsselwort Protected in die Vererbung einbringen. Dann werden alle Public Datenelemente der Basisklasse in meiner Klasse zu Protected Elementen. Protected bleibt Protected, Private bleibt Private. Ich kann nie Sicherheit auf... Ich kann nicht hingehen und für eine andere Klasse entscheiden, dass die Sicherheit weniger ist. Das heißt, ich kann nie Sicherheit wegnehmen. Ich kann immer nur Sicherheit hinzufügen. Das heißt, beim Protected vererben werden alle Public Datenelemente der Basisklasse zu meinen, für mich zu Protected Elementen. Und Private macht alles, was von der Klasse übernommen wurde, zu Private. Jetzt werdet ihr sagen, was macht das für einen Sinn? Das ist natürlich ganz wichtig, wenn man Implementierung über Vererbung machen will und ich will das für mich als Hilfsklasse verwenden. Das heißt, meine Klasse soll diese Elemente nutzen können. Sie sind ja für mich Private. Aber ich möchte die nicht nach außen in mein Protokoll weitergeben. Das heißt, ich kann sowas benutzen, um eben eine Implementierung, Implementierungsdetails über Vererbung ins Spiel zu bringen, die aber aus meiner Schnittstelle hinaus zu nehmen. Also Schnittstelle Public Methoden werden ja oft auch als Protokoll der Klasse bezeichnet. Also ganz wichtig ist, die Steuerung der Sichtbarkeit ist auch über die Vererbung möglich. Polymorphie hatten wir uns angeguckt, virtuelle Methoden. Hier nochmal die Zusammenfassung. Das ist die explizite Qualifizierung einer Methode über das Schlüsselwort virtuell. C++ macht es wirklich nicht automatisch. C++ sagt, der Programmierer entscheidet. Gebe ich das Schlüsselwort virtuell nicht vor einer Funktion an, dann ist das Ganze eine Early-Binding-Funktion. Gebe ich das Schlüsselwort virtuell an, dann wird eine V-Table angelegt und das Ganze wird zu einer Lead-Binding-Funktion, wird also zu Laufzeit entschieden. Und wie gesagt, nochmal, auch wenn das sich ganz doll verbessert hat und sich wirklich ganz doll verbessert hat, da kann man gar nichts anderes zu sagen. Es ist also nicht so, dass da furchtbar viel Zeit verloren wird durch das Lead-Binding. Aber es ist auch eine Illusion, wenn Autoren schreiben, das ist genauso schnell. Das kann sich glaube ich jeder ausmalen. Ich habe auf der einen Seite eine Funktion, ich habe die Adresse, ich springe direkt hin. Ich habe auf der anderen Seite eine V-Table mit Informationen, ich springe erstmal in die V-Table, suche mir die Adresse raus und springe dann zur Funktion. Dass das nicht schneller sein kann, als der direkte Sprung, erschließt sich glaube ich jedem, der auch nur ein bisschen zählen kann. C++11 bringt uns dann das Schlüsselwort override. Ich hatte das gestern auch nochmal erklärt, dass das eine doppelte Bedeutung hat. Ich habe natürlich die Möglichkeit, über das override sichtbar zu machen. Diese Methode wird wirklich überschrieben, die existiert vorher. Und natürlich auch abzuprüfen, dass tatsächlich in der Ebene darüber eine virtuelle Methode existiert, die ich überschreiben kann. Insofern ist die Nutzung von dem Schlüsselwort override natürlich eine Sicherheitsleine, weil es ein Programmierer in der Software lebt. Programmierer entscheidet irgendwann mal in der Klasse XY, das ist keine virtuelle Methode mehr. Da mache ich jetzt eine frühgebundene Funktion draus. Ich habe aber später von der Funktion abgeleitet und gehe davon aus, von dieser Klasse, und ich gehe davon aus, das ist virtuell. Ich habe eine Funktion ergänzt. Jetzt würde ein Fehler ausgelöst werden, weil er mir sagt, du, override ist gar nicht möglich. Da existiert keine virtuelle Methode darüber. Insofern macht das tatsächlich Sinn, dieses Schlüsselwort auch einzusetzen. Virtuelle Destruktoren hatten wir gestern auch angesprochen. Auch das nochmal für die Vorlesung wiederholt an dieser Stelle. Eine Übung hatten wir gestern. Das ist ganz wichtig, dass wenn wir in Ableitungshierarchien arbeiten, dass wenn wir Elemente haben und wir arbeiten mit Zeigern auf die Basisklassen und wir geben diese dann entsprechend frei, dass dann auch mit virtuellen Destruktoren gearbeitet wird, um eben sicherzustellen, dass die komplette Klassenstruktur freigegeben wird. Weil ansonsten würde er, zeige auf Basisklasse, nur den Destruktor der Basisklasse aufrufen würde, aber alles das, was quasi in den abgeleiteten Klassen passiert, vergessen. Das ist kein Fehler von C++, das ist ein Fehler des Programmierers, der einfach nicht das Wort virtuell vor den Destruktoren schreibt und damit bewusst hier eine frühgebundene Funktion wählt. Das hat er von alleine zurückgeblättert. Der Vorteil, der entsteht oder der Nachteil in dem Moment, wo eine virtuelle Methode da ist, wird die Klasse aufgerüstet, nennen wir es mal so. Es entsteht ja eine V-Table zu dieser Klasse, das ganze Klassenmuster ändert sich. Das Ganze kann kein POD mehr sein, kein Plain Old Data mehr sein. Und damit können wir für diese Klasse aber auch RTTI verwenden. RTTI steht für Runtime Type Identification. Das heißt, C++ bringt ein sehr rudimentäres System mit, um Typen zu überwachen, auch zur Laufzeit. C++11 und folgend bringt ja ein sehr ausgeklügeltes System, um Typen auch zur Kompilierzeit zu steuern und zu kontrollieren und zu überwachen. Aber wir haben eben auch ein rudimentäres System zur Laufzeit. Das hat nichts mit Reflection und Ähnlichem zu tun und automatischen Sachen, aber wir können zumindest bestimmte Typen zur Laufzeit abfragen. Und das brauchen wir für Umwandlung. RTTI ist also ganz wichtig für das Dynamic Cast, für die dynamische Umwandlung gegen die eigentliche natürliche Richtung. Gucken wir uns an. Und wie gesagt, in dem Moment, wo wir eine virtuelle Methode haben, passiert das. Und das kann auch der virtuelle Destruktor sein. Das heißt, wenn wir RTTI verwenden wollen oder brauchen, brauchen wir eine virtuelle Methode. Dann macht es auch Sinn, ohne zu überlegen, den Destruktor immer gleich virtuell zu machen. Wir haben die Möglichkeit, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, pure virtuelle Methoden zu machen. Das spielt gleich eine ganz große Rolle, auch in der Mehrfachvererbung. Das heißt, die Basisklassen dienen dann oft nur als gemeinsame Schnittstelle. Das haben wir ganz oft. Wir haben irgendwo ein abstraktes, das werden ja auch wirklich abstrakte Klassen, irgendeine abstrakte Vorstellung und wir haben Funktionen, wo wir wissen, die müssen später da sein. Und wir wollen die aber schon definieren. Das heißt, wir wollen schon Funktionen in die Schnittstelle legen, für die wir noch keine Implementierung haben. Das sind sogenannte pure virtuelle Methoden. Damit dient die Basisklasse dann wirklich nur noch als Schnittstelle. Wobei dieses nur noch stimmt nicht, weil dann könnten natürlich gleich die Java-Experten kommen und sagen, das können wir mit unserem Interface auch. Wir haben natürlich die Möglichkeit, da innerhalb einer Klasse abstrakte Methoden, also pure virtuelle Methoden zu machen, aber auch schon konkrete Methoden umzusetzen. Und wir können auch Daten in einer Klasse haben, echte Daten, mit denen wir auch schon arbeiten können und können trotzdem Platzhalter haben. Und sagen, ich habe zwar diese Informationen, wir machen das gleich. Ich hoffe mal, dass ihr alle wach genug seid, um vielleicht im Chat auch mitzuarbeiten und ein bisschen mehr reinzugucken, was da passiert. Ich gucke mal, wir sind schon ein paar Leute, die hier sind heute. 8 zeigt er mir hier, dass ihr mal ein bisschen mitdenkt, wenn wir dann anfangen, mal so eine Klasse aufzubauen. Definit pur virtuelle Methoden, auch ist eine virtuelle Methode, also wird sie mit dem Schlüsselwort virtuell eingeleitet. Und dann aber abgeschlossen mit ist gleich 0. Wir sehen, dass hier ist eine Zeile, schlecht zu erkennen als Quellcode, wo ich das einfach mal, Textmarker, gucken, funktioniert das ja, wo ich das mal rausgeschrieben habe. Das heißt, eingeleitet mit dem Schlüsselwort virtuell und hinten mit ist gleich 0 abgeschlossen, wird eine pure virtuelle Methode definiert, die für diese Klasse eben nur ein Platzhalter ist. Der Effekt ist, dass diese Klasse dadurch für uns zu einer abstrakten Klasse wird. Das heißt, wir können nur Instanzen von Klassen erzeugen, wo alle Methoden definiert sind, also von sogenannten konkreten Klassen. Eine Klasse, in der mindestens eine pure virtuelle Methode übrig geblieben ist, ist eine abstrakte Klasse. Eine Klasse, in der alle Methoden implementiert sind und zur Verfügung gestellt sind, ist eine konkrete Klasse. Und wie gesagt, wir definieren ein gemeinsames Protokoll, ohne eine konkrete Implementierung beachten zu müssen. Viele und vielen anderen Sprachen, die keine pure virtuellen Methoden anbieten, die aber sowas mischen wollen, da werden dann Funktionen ohne Funktion geschrieben. Das heißt, ich habe eine Funktion Display, ich weiß aber nicht, wie sich dieses Element darstellt, also schreibe ich die Funktion Display, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und die macht einfach nichts. Und dann habe ich halt eine Funktion mit im Spiel, die aufrufbar ist, aber mir keine Funktion zur Verfügung stellt. Ist natürlich Quatsch. Warum soll ich sie denn aufrufen? Warum soll sie da sein? Deswegen pure virtuelle Methoden. Ich hätte das schon gesagt, daraus bilden sich halt der Begriff der abstrakten Klasse. Eine konkrete Klasse ist eine Klasse, in der alle Methoden implementiert sind. Eine abstrakte Klasse ist jede Klasse, in der noch mindestens eine pure virtuelle Methode existiert. Ich kann also eine Klasse haben mit 100 Datenelementen, 99 Methoden, die alle implementiert sind. Aber die eine Methode steht nicht zur Verfügung. Und jetzt erinnert euch wieder an das Semesterpausenprojekt, die Prozessklasse, wo die Dialoge erzeugt wurden. Wir hatten eine Prozessklasse, in dieser Prozessklasse gab es eine Funktion CreatePersonDLG. Und eine Funktion CreateEmployDialog. Und die waren pur virtuell, die waren nicht implementiert. Alles andere in den Prozessen war implementiert. Weil natürlich, dadurch, dass ich die gemeinsame Schnittstelle, dieses MyForm und die Streams benutzt hatte, konnte ich ja mit diesen Formularen arbeiten, egal mit welchem Framework sie erzeugt waren. Was ich aber nicht kann, ist ein bestimmtes, konkretes Formular im jeweiligen Framework mit einer allgemeinen Schnittstelle zu erschlagen. Das funktioniert nicht. Oder würde viel, viel, viel mehr Aufwand bedeuten. Also bin ich in meinen Prozess hingegangen und habe gesagt, okay, das Schreiben, alles kann ich umsetzen, aber das Erzeugen bleibt frei. Diese beiden Methoden bleiben leer. Und dann konnte ich hingehen und habe gesagt, okay, von dieser Klasse Prozesse leite ich eine Klasse Prozesse VCL ab und eine Klasse Prozesse FMX und eine Klasse Prozesse Qt. Und innerhalb dieser Funktionen, die ich dann implementiert habe, die ich dann wirklich implementiert habe, habe ich gesagt, Qt, okay, damit auf die Art und Weise erzeuge ich den Dialog. Und für VCL erzeuge ich das so und für FireMonkey erzeuge ich das so. Und nachdem ich dieses hatte, war ja der Dialog in meinen MyForm gefräbt. Das heißt, der Rückgabewert war nicht ein Qt-Dialog oder ein VCL-Dialog, sondern der Rückgabewert war ein MyForm. Und MyForm hat mir dann wieder alle Möglichkeiten gegeben, mit Kompilierzeitoptimierung zu sagen, pass mal auf, wenn das eine Guti-Implementierung ist und du willst in dieses Edit-Feld schreiben, dann macht das so. Ist das Ganze eine VCL-Implementierung, macht das so. Das ist der Vorteil der abstrakten Klassen und eben auch, warum das so wichtig ist, nicht nur Schnittstellen zu haben und zu sagen, ich habe auf der einen Seite eine Schnittstelle und die implementiere ich, sondern wirklich sagen zu können, ich habe eigentlich eine fast konkrete Klasse, wo tausende Quelltextzeilen konkreter Quellcode drinstehen. Aber ich habe eben ganz kleine Punkte, wo ich nicht entscheiden kann. Und da, wo ich nicht entscheiden kann, kann ich dann eine pure virtuelle Methode definieren innerhalb meiner Klassenstruktur. Ich kann diese pure virtuelle Methode ja schon aufrufen. Ich kann sie benutzen, auch innerhalb meiner eigenen Implementierung nutzen. Weil ich weiß, später ist sie da. Das ist eben genau dieses konkrete abstrakte Klasse. und warum das in C++ eben so wichtig ist, dass wir A, konkrete Klassen haben und B, abstrakte Klassen haben, aber abstrakte Klassen eben nicht Interfaces sind. Und nicht reine Interfaces sind. Das hat man in Java wieder eingeführt, nachdem man ja die Mehrfachvererbung rausgenommen hatte. Interpreter, Mehrfachvererbung, wäre auch eine echte Herausforderung gewesen in den 90er Jahren. Und als man erkannt hat, welchen gravierenden Fehler man gemacht hat, hat man nach Alternativmöglichkeiten gesucht, die irgendwie umsetzbar sind. Und ist dann eben auf dieses Interface gekommen. Und wie gesagt, nur von konkreten Klassen können wir Instanzen erzeugen. Das ist ganz wichtig. Alles, was pur virtuell ist, ist nicht erzeugbar. Und jetzt kommen wir schon zu Mehrfachvererbung. Jetzt wird es spannend. Das ist, wie gesagt, wirklich mein Lieblingsthema. Auch hier nochmal wieder die Bemerkung, wenn ihr Fragen habt, fragt gleich, mischt euch rein, ergänzt bestimmte Dinge. Das Thema ist nicht immer einfach. Wir fangen an. Einfache Vererbung ist in den meisten Programmiersprachen Schluss. Nur wenn ich die einfache Vererbung unterstütze, bin ich schon eine objektorientierte Programmiersprache. Und C++ ist keine objektorientierte Sprache. Sie unterstützt die Objektorientierung nur. und geht trotzdem einen großen Schritt weiter. Und sagt, okay, das reale Leben ist eben genau so. Und natürlich ist das reale Leben so. Dass wir nicht nur Vater und Mutter und damit mehrere genetische Informationen haben. Daran sieht man ja schon Mehrfachvererbung. Wir sind nicht geklont aus einem Lebewesen, sondern wir sind aus zwei zusammengebaut und tragen damit auch die genetische Information dieser beiden mit. Und schon das würde ja mit einer Programmiersprache ohne Mehrfachvererbung nicht mehr umsetzbar sein. Ist die Mehrfachvererbung nicht ganz einfach? Auch technisch nicht einfach. Sie ist auch für die Compiler eine echte Herausforderung. Und auch im realen Leben ist es natürlich so, dass wir ja kein Inzest wollen, weil das führt dann zu Problemen. Das heißt, wenn in der Vererbung plötzlich wieder Verwandte zusammenkommen, dann kann es unten zu Problemen kommen. Und dasselbe taucht auch, wäre ja ein Wunder, wenn nicht, in der normalen Programmierung auf. Das heißt, das müssen wir steuern können. In vielen objektorientierten Sprachen ist an dieser Stelle Schluss. Und andere Sprachen bringen später aus der Verzweiflung, anders kann man das nicht nennen, aus der Verzweiflung, die Interfaces dazu. Und sagen, wir können zwar keine Mehrfachvererbung, wir haben auch immer gesagt, man braucht die nicht, aber irgendwie müssen wir eine Krücke schaffen und diese Krücke, das sind die Interfaces. Also nur Protokollbeschreibung. Das andere ist ein Interface ja nicht. Also eine Klasse, die nur aus pur virtuellen Methoden bestehen würde, im C++-Kontext, wäre ein Interface. Aber wie gesagt, das ist aus der Natur im Nachzug geboren. Wenn man in den 90er Jahren groß geworden ist, in der Programmierung, dann weiß man halt auch noch, dass Java am Anfang strikt gegen Mehrfachvererbung gewesen ist, auch gegen Templates gewesen ist und musste dann mühselig die Generics mit ergänzen als Template-Variante, die dann doch irgendwie objektorientiert sein sollte, also doch nicht wirklich ein Template ist in unserem Sinne. Metaprogrammierung ist nicht zwangsläufig objektorientiert. Und genauso mit der Mehrfachvererbung, Mehrfachvererbung, wo dann die Interfaces quasi ins Spiel kommen. Wir können oder haben Vererbungsmechanismen, die uns das ermöglichen, mehrere Basisklassen zu benutzen. Oft wird Mehrfachvererbung auch englisch gesprochen, halb englisch, also Multiple Vererbung, die dazukommt, oder Inheritanz, die damit im Spiel kommt. Multiple Vererbung ist natürlich Mehrfachvererbung. Mehrere Basisklassen werden benutzt, um eine neue Klasse zu erzeugen. Damit wird diese oft zitierte Regel, die Wide End Impera, natürlich nochmal ausgebaut. Das heißt, wir sind in der Lage, bestimmte Dinge besser aufzuteilen und können sie dann trotzdem wieder vereinigen. und das bietet wirklich ganz viele Möglichkeiten. Gucken wir uns hier nochmal die einfache Vererbung an. Fangen wir langsam an. Wir hatten gestern schon mit dem Datum ein bisschen rumgespielt. Wir hatten gesagt, wir haben Datum, Tag, Monat, Jahr, kam ja die Idee mit dem Uint unterstrich 6 als Datentyp, um das Ganze zu optimieren und zu verbessern. Wir nehmen jetzt einfach mal das Datum und wollen das ergänzen um einen Zeitpunkt. Dann kommt zu dem eigentlichen Datum die Uhrzeit dazu. Das brauchen wir natürlich in ganz vielen Fällen zum Rechnen. Wie lange habe ich in dem Projekt an diesem Arbeitsschritt gearbeitet? Da nutzt mir die Zeit gar nichts, wenn es über Mitternacht geht. Dann habe ich um 23 Uhr begonnen und habe um 23 Uhr 30 am nächsten Tag aufgenommen. Dann habe ich natürlich nicht nur 30 Minuten gearbeitet, sondern ich habe einen Tag und 30 Minuten gearbeitet. Das heißt, der Timestamp, der Zeitpunkt enthält eine Kombination aus einem Datum und einer Uhrzeit. Und wenn ich jetzt eine Klasse angefangen aufzubauen und ich hätte meine Datumsklasse fertig mit allem, was dazugehört, ich hätte Ostern mit eingerechnet, Schaltjahr mit eingerechnet, wie viele Tage der Monat wirklich hat, der dazugehört, habe Differenzen mitgerechnet, habe also mir eine wunderschöne Datumsklasse aufgebaut und ich würde jetzt als Programmierer die Aufgabe kriegen, so ein Timestamp zu programmieren, dann wäre es natürlich naheliegend hinzugehen und zu sagen, okay, ich definiere mir den Timestamp, den Zeitpunkt als Nachfahren des Datums. Damit würden alle Eigenschaften, alles das, was für das Datum funktioniert, in den Zeitpunkt hineingehen. Ich müsste dann natürlich überlegen, wenn ich zum Beispiel einen Plus-Operator geschrieben habe, Datum plus Tage, dann ist dieser Plus-Operator natürlich unten immer noch gültig, Datum plus Tage. Vielleicht will ich ihn aber überdefinieren. Vielleicht möchte ich aber hingehen und sagen, wenn das ein Zeitpunkt ist, dann rechne nicht die Inzahl plus Tage, sondern die Inzahl plus Stunden. Und C++ bietet mir dann natürlich die Möglichkeit, Zeit, Argument Dependent Nemlook ab, eine freistehende Funktion zu schreiben für Zeitpunkt und Int und damit das Verhalten, sollte sich das bei dieser Instanz tatsächlich um einen Zeitpunkt handeln, die Addition entsprechend zu verändern. Das heißt, ich muss dann natürlich überlegen, wie verhält sich das Ganze zueinander, was soll mit den Operatoren passieren. Differenz genauso, Datum minus Datum liefert mir ja auf jeden Fall als Int-Wert zurück. Was mache ich denn aber, wenn ich Zeitpunkt minus Zeitpunkt rechne? Da will ich keinen Int-Wert. Da müsste ich mir also wieder überlegen, okay, was soll dabei passieren? Also wie gesagt, ich muss ein bisschen Architektur reinstecken, aber alles das, was fürs Datum da ist, das funktioniert. Und wieder daran denken, der Zeitpunkt ist eine das ist ihr Datum. Das heißt, der Zeitpunkt kann sich jener Zeit in ein Datum umwandeln. Das hatten wir gestern ja auch gezeigt mit dem Bekannten und der Person. Auch mit dem Nachteil, dass da stillschweigend plötzlich Informationen weg waren in der Zuweisung. Weil ich einfach sagen konnte, ich habe eine Person ist gleich bekannter. Der Bekannte macht sich dann automatisch zur Person und verliert die Informationen in der Zuweisung. Das heißt, der Zeitpunkt kann jederzeit, wo ein Datum gefragt wird, auch sich als Datum verhalten. Diese Richtung ist die natürliche Richtung. Die wandelt sich immer automatisch um. In der C++ Syntax leite ich das Ganze mit dem Schlüsselwort Klaas oder Strakt ein. Beide Schlüsselwörter sind völlig äquivalent an der Stelle, was den eigentlichen Aufbau betrifft, sondern sie unterscheiden sich nur in der Standardsichtbarkeit. In der Klasse sind per Vordefinition, wenn ich nichts schalte und verändere alle Elemente Private, benutze ich das Schlüsselwort Strakt, sind alle Elemente Public. Sonst hätte ich die Kompatibilität zu alten Programmen nicht. Dann kommt die Vererbung, das heißt, nach dem Doppelpunkt gebe ich die Basisklasse an, Datum, und ich kann hier das Schlüsselwort Public Protected Private verwenden und kann hier quasi die Implementierung schützen oder nicht schützen, verbergen oder nicht verbergen. Damit habe ich mir eine Klasse über eine einfache Vererbung zusammengebastelt. Jetzt kommen wir zur Mehrfachvererbung. Jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen, das, was wir hier rein interpretiert haben, das heißt, ich bin ja hier in die abgeleitete Klasse gegangen und habe Stunden, Minuten und Sekunden ergänzt mit der entsprechenden Arithmetik. Vielleicht habe ich das ja auch schon. Vielleicht habe ich eine Zeiterfassung und habe die Uhrzeit auch, aber ich habe nur die Uhrzeit. Das heißt, ich habe die Uhrzeit nur als Stunden, Minuten und Sekunden. Und damit kann ich ganz viele Dinge machen, gar keine Frage. Wenn ich jetzt innerhalb eines Tages sage, ich habe eine Veranstaltung, die geht um 17 Uhr los bis 19 Uhr, dann weiß ich die ist zwei Stunden lang. auch ohne zu wissen, welcher Tag ist. Das heißt, es kann natürlich Sinn machen, tatsächlich auch so einen Zeitpunkt tagesunabhängig zu implementieren. Auch wenn ich messen möchte, wie lange hat ein bestimmter Vorgang gedauert, dann habe ich vielleicht sogar mehr als 24 Stunden. vielleicht sage ich dann, der Berechnungslauf hier, Jahresabschluss 90er Jahre dauert 48 Stunden, 30 Minuten und 21 Sekunden. Dann interessiert mich auch nicht im ersten Moment, dass das eigentlich zwei Tage sind. Aber die 48 Stunden bleiben erhalten. Das heißt, das würde auch an der Stelle Sinn machen, dann einen Zeitpunkt zu programmieren. Und natürlich würde auch die Differenz von zwei Zeitpunkten durchaus Sinn machen. Und ohne den Tag, ohne die Information Tag, macht die Stunde dann halt nicht den Wertebereich zwischen 0 und 24, sondern jede Ganzzahl, die möglich ist, würde die Stundenanzahl definieren. Und habe ich so eine Klasse schon zur Verfügung mit ganz viel Funktionalität, dann wäre das natürlich auch dumm, eine Einfachvererbung zu machen. Auch dann schließt sich der Kreis und ich sage hier, pass mal auf, wir machen jetzt eine Mehrfachvererbung. Das heißt, der Zeitpunkt ist ein Datum, und der Zeitpunkt ist eine Uhrzeit. Und jetzt muss ich mich nur noch um die Unterschiede kümmern. In der Sichtbarkeit, in der Philosophie ist es halt so, dass ich dann diese beiden Basisklassen angebe. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Klasse Zeitpunkt und sage Public Datum ist die erste Basisklasse und Public Zeit ist die zweite Basisklasse, die angegeben wird. Und jetzt ist genau dieses Bild entstanden durch Mehrfachvererbung. Und wie gesagt, das macht ja Sinn, weil ich habe nicht dieses System so kreiert oder erdacht, sondern ich bin hier natürlich hingegangen und habe gesagt, ich habe schon ein Datum, ich habe eine Zeit, ich möchte beides verwenden. Beides hier sind konkrete Klassen. Das Datum für sich wäre instanzierbar und vielleicht wäre auch die Zeit für sich oder vielleicht die Zeit für sich wäre auch instanzierbar. Wir reden hier über zwei konkrete Klassen, die jetzt den Zeitpunkt bilden. Und hier muss ich mich nur noch um die Unterschiede kümmern. Das ist Mehrfachvererbung. Und wie gesagt, Mehrfachvererbung ist natürlich. Das Fehlen der Mehrfachvererbung, das Bauen von Hilfskonstrukten, von irgendwelchen Pattern, um dann doch wieder irgendwie sowas abzubilden, ist unnatürlich und macht die Software unnötig kompliziert. Wir sind in der Lage, das direkt einzusetzen. Jetzt kommt aber das Problem der Mehrfachvererbung. Ich hatte das schon angesprochen, also immer wenn nicht das Herz, immer wenn sich so ein Robbenbus bildet, dann gibt es ein Problem in der Vererbung. vermeintliches Problem. Wir haben hier jetzt den Fall, dass wir sagen, ich habe eine Person, in der Person habe ich Name, Vorname, Geburtsdatum, als Datenelemente, entsprechende Funktionen zur Verfügung, das ist eine konkrete Klasse. Ich habe einen Angestellten, in der Angestellte, der ist eine Person, da sind wir uns einig drüber, kommen Informationen dazu, ich habe ein Business-System, also brauche ich die Krankenversicherungsnummer von ihm, ich brauche die Steuerklasse von ihm, ich brauche eine Gehaltsstufe vielleicht, wenn es Gehaltsempfänger sind, ich habe ja Angestellten gesagt, welche Gehaltsstufe er hat, um das Ganze zu machen und ein paar andere Informationen, ich habe jetzt nur exemplarisch einfach mal diese drei Informationen rausgenommen, Krankenkasse und Sozialversicherungstumme natürlich und die Gehaltsklasse. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Manager, auf der anderen Seite habe ich Manager. Auch der Manager, das mögen einige nicht glauben, aber auch der ist eine Person. Das heißt, er hat natürlich auch Namen, Vornamen, Geburtsdatum. Ich habe aber keine Sozialversicherungsnummer und keine Krankenkasse für den Manager, weil, wenn das eine GmbH ist, wie in meinem Fall, ich bin ja geschäftsführender Gesellschafter, wie das immer so schön heißt, GGF, dann bin ich zwar steuerrechtlich Angestellter des Unternehmens, ich bin also steuerrechtlich ein Angestellter, bin sozialversicherungsrechtlich aber ein Selbstständiger und dasselbe trifft in vielen Fällen natürlich auch Vorstände dazu und andere Gesellschaftsformen. Das trifft nicht auf einen angestellten Geschäftsführer dazu, aber wenn es halt ein Inhaber ist, das heißt ein geschäftsführender Gesellschafter, dann ist er steuerrechtlich ein Angestellter und sozialversicherungsrechtlich ein Privater. Das heißt, ich führe keine Krankenversicherungsbeiträge für den Manager ab. Und dann brauche ich auch keine Sozialversicherungsnummer, weil ich führe auch keine Rentenversicherungsbeiträge ab. Das heißt, in dem Moment, wo der das möchte, macht er es alleine. Insofern muss ich die auch nicht mit erfassen. Ich habe auch keine Gehaltsstufe in der Regel, sondern ich habe fest vereinbarte Gehälter und habe parallel natürlich ganz oft die Möglichkeit, auch eine Tantienregelung zu haben. Sprich, wenn das Unternehmen ein positives Geschäftsergebnis erzielen sollte, dann kriegt er einen bestimmten Prozentsatz seines Gehalts quasi nochmal als Gewinn anreizt. Wir wollen natürlich die Führungskräfte dazu animieren, dass die Gesellschaften gesund sind. Und gesund sind sie nur, wenn wir positive Zahlen erwirtschaften und natürlich will man da Interesse schaffen. Und natürlich hat ein Manager auch im Verantwortungsbereich, auch das wieder nur exemplarisch. Fest steht, beide sind Personen. Jetzt komme ich auch langsam in das Alter, mir über die Unternehmensnachfolge Gedanken zu machen, kommt der Punkt, dass die Inhaber eigentlich das Unternehmen nicht mehr weiterführen möchten. Die suchen sich einen Angestellten, der als Geschäftsführer eingesetzt wird, aber der vielleicht keine Anteile am Unternehmen hat. Und wenn Anteile nicht genügen, das ist irgendwie muss schon, das wurde auch regelmäßig geprüft, wann man wirklich ein GGS ist. Man muss also schon einen bestimmten Prozentsatz an Anteilen und auch Entscheidungsmacht haben, auch im Kapitalbereich, um eben diesen Status zu kriegen. Das heißt, der angestellte Manager hat zwar einen Verantwortungsbereich und übernimmt Aufgaben des Managers, bleibt aber sowohl sozialversicherungsrechtlich als auch steuerrechtlich enthalten als wie ein Angestellter. Das würde ja lustig werden, wenn ich hier hingehen würde. und da kann man das sogar noch extremer machen und sagen, hier habe ich nicht nur eine Sozialversicherungsnummer, sondern hier habe ich natürlich auch die Steuernummer. Und die Steuernummer habe ich hier natürlich auch, weil auch für die Leute, für die Angestellten, also für die Manager muss ich natürlich Steuernummer, nicht Steuermanager. Steuernummer. Und vielleicht Steuerklasse. Ich hätte jetzt eine Doppelung, weil natürlich hat eine Person, das könnte ja auch ein Kunde sein oder ein Angehöriger oder was auch immer. Ich könnte in meiner Verwaltung ja ganz viele verschiedene Personenarten haben. Das heißt, ich hätte sowohl für den Angestellten dann eine Steuernummer, als hätte ich auch für den Manager eine Steuernummer. Das heißt, ich müsste sie in beiden Teilzweigen einbringen. Jetzt können wir über Architektur diskutieren. Ich könnte natürlich auch hingehen und könnte noch eine zusätzliche Klasse darüber schieben und sagen, versteuerter Person oder steuerpflichtige Person und würde dann nicht mehr von der Person, sondern würde von der steuerpflichtigen Person ableiten. Also ich habe viele Möglichkeiten beim Programmieren. Ich könnte ja hier steuerpflichtige Person nehmen und könnte dann die Ableitung von da quasi darüber machen und dann hätte ich diese gedoppelten Informationen nicht mehr unter der Person, sondern hätte sie dann unter der steuerpflichtigen Person, die natürlich eine Person wäre. Wir können, das ist das Schöne beim Programmieren, wir können natürlich jonglieren, wir müssen immer nur zusehen, dass es in sich geschlossen bleibt. Und desto weniger wir kopieren, copy and paste, desto mehr wir über unsere Architekturen absetzen, desto besser ist es. Und nochmal, selbst in diesem Fall hier ist die Klasse nicht komplizierter und auch nicht langsamer, weil wir mehrere Ableitungen haben. Weil das, was entsteht, sind immer nur die Daten, die sich addieren, die größer werden. Die Funktion existiert ja jeweils nur einmal. Und dann wieder unterscheiden zwischen Early Binding, direkt aufgerufen, und Late Binding, virtuelle Methode. Zur Laufzeit soll es entschieden werden, was dazu passiert. Wenn wir immer denselben Namen, Vornamen ausgeben, mit einer Anrede vielleicht, dann ist das eine Early Binding-Funktion von der Person. Wenn wir das unterschiedlich behandeln wollen, dann ist es eine virtuelle Methode. Das ist was anderes. Und deswegen ist es auch gut, dass wir steuern können in C++. Dass wir verstehen, das ist was anderes. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Wir müssen es verstehen. Und dann können wir entsprechend entscheiden, was eben wirklich benutzt wird. Und wie gesagt, nochmal, wir können jede, wir sind die Architekten. Wir entscheiden. Aber, was ist das Problem hier? Fällt einem von euch was dazu ein? Problem der Mehrfachvererbung. Warum ist das jetzt ein Problem, der Rhombus? Weil es ist ja ein Rhombus, sind wir uns einig drüber. Egal, welche der Varianten wir wählen, entweder ist hier der Rhombus oder ich habe den Rhombus über die Person. Was ist das Problem? Ich habe vor kurzem gelesen, man sollte nur im Vortrag trinken, wenn man eine Frage gestellt hat. Deswegen habe ich jetzt die Frage gestellt. Ich musste dringend was trinken. Und nicht alle jetzt abtauchen und sagen, ich, es ist eine Antwort gekommen. Da muss ich mal zum Rechner. erste Chat-Nachricht. Nathal, schön. Da kommt die Frage auf die Frage, was passiert, wenn beide Eltern eine virtuelle Methode implementieren. Kommen wir zu. Das ist das Gute. Aber was ist das eigentliche Problem? Laufzeit durch Battleneck? Das ist eigentlich viel schlimmer. Mein Lieblingsspruch ist, das hat sogar was mit Realität zu tun. Es ist der Realität sehr nahe in dem Fall. Zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust. Die Person ist schizophren. Das heißt, wir haben nicht eine Person da drin, wir haben zwei Personen da drin. Das ist das Problem des Rhombuses und der Mehrfachvererbung. Weil gedanklich ist hier eine Person drüber und hier eine Person drüber. Das heißt, wir haben eigentlich nicht einen Rhombus, wir haben eigentlich eine Gabel, um das mal so zu formulieren. und damit ist die Person wirklich im wahrsten Sinne des Wortes schizophren. Er hat als Angestellter ein Personenteil und er hat als Manager ein Personenteil. Das heißt, im Speicher würde dieser Angestellte Manager wirklich so aussehen. Ich habe ein P, nennen wir es mal P, ich habe ein A für den Angestellten, ich habe den M-Satz für den Angestellten Manager, Stopp, ich habe den P-Satz von dem Manager, ich habe die Daten vom Manager und dann kommen die Daten vom Angestellten Manager dazu. Das wäre der Speicheraufbau dieser Klasse, die da unten entstanden ist. Insofern zu der ersten Frage, was passiert, wenn beide eine virtuelle Methode implementieren? Gar nichts, weil die zweimal da ist. Die Person ist ja zweimal da. Sprich, wenn hier eine virtuelle Methode drin ist, die hier implementiert wird, dann wird die von dieser Klasse implementiert und wenn hier eine Methode drin ist, die implementiert wird, wird sie von der anderen Klasse implementiert. Und wie gesagt, datentechnisch sind ja immer nur die Daten entscheidend, die gespeichert werden. C++ speichert ja die Funktionen nicht mit den Objekten. Das heißt, nur die Daten. Es entsteht wirklich so ein Zusammenschluss, wo zweimal Personensätze drin sind. Jetzt könnte man sagen, auch das ist real, weil, wie gesagt, irgendwie ein Angestellter Manager stellt sich jetzt eher auf die Seite der Angestellten oder stellt sich eher auf die Seite des Managements. Das Problem ist gelöst in dem Fall, weil er ist ja zweimal da. Er kann sich also einmal auf die eine Seite stellen und einmal auf die andere Seite stellen. Aber das ist nicht das, was wir beim Programmieren wollen. Das heißt, immer dann, wenn wir einen Rhombus sehen und wir haben nicht aufgepasst, dann müssen wir diesen Rhombus gedanklich aufklappen. das kann gewollt sein. Die Diskussion, die wir ganz oft in Schulungen haben, ist, warum passiert das nicht, also wenn ich das steuern kann, warum wird das nicht immer gesteuert? Dann sind wir wieder im Punkt, dasselbe wie mit Early- und Late-Binding und vielen anderen Dingen. In C++ müssen wir Dinge steuern. Und jetzt stellt euch mal was anderes vor. Ich habe einen Motor und ich habe ein Getriebe und ich habe so eine allgemeine Instanz. Schreibt mir einfach Objekt darüber als Unternehmen. Die hat eine bestimmte Position, wo es sich gerade in der Produktion befindet. Das Ding hat eine eigene ID. Hatten wir ja gesagt, die Identität ist immer ganz wichtig in der objektorientierten Programmierung. Gibt es eine eigene Identität? Das Ding hat eine eigene Existenz. Das heißt, der Motor existiert, das Getriebe existiert. Beide haben eine AI, haben damit eine Nummer, die sie eindeutig machen. Das heißt, ich könnte das Ganze jetzt natürlich so abbögen. Und jetzt könnte ich hingehen und könnte sagen, ich verbaue beide und dann entsteht das Auto. Sehr abstrakt. Das Auto hat einen Motor, hat ein Getriebe, ich verbaue beides miteinander. Und jetzt ist die große Frage, verliert der Motor damit seine Existenz und das Getriebe? Oder bleiben beide für sich auch noch Baugruppen, die alleine für sich existieren könnten? Könnten? Das heißt, könnte ich den Motor wieder ausbauen oder ins andere Auto bauen. Wenn ich jetzt immer eine partielle Vererbung gemacht hätte, das heißt, ich würde in der Mehrfachvererbung immer die Eigenständigkeit verlieren und immer eine gemeinsame Eigenständigkeit machen, das ist ja genau das Problem der Person. Die Person existiert ja zweimal in unserem Baum. Hier würden ja auch plötzlich die Sachen entstehen. Das heißt, wenn wir das jetzt vereinigen würden, dann würde, wenn wir hier das immer vereinigen würden, also das nicht so entstehen würde, dass hier eigentlich was drüber steht und hier was drüber steht, würde das falsch sein. Das heißt, wir müssen die Möglichkeit haben, das zu steuern. Dir auch einen wunderschönen guten Abend. Das kann ich sogar von hier lesen. Da muss ich nicht anrechnen. Deswegen ist das so wichtig, dass man das unterscheidet. Hier muss ich sogar hingehen, wenn ich es richtig machen will, und müsste hier noch eine zusätzliche Ableitung mit einbauen. Weil natürlich das Auto auch eine Existenz hat, eine eigene Existenz, eine eigene Identität hat. Und deswegen habe ich gesagt, als wir uns am Anfang über Objektorientierung unterhalten haben, dass diese drei Begriffe ganz wichtig sind, über die man sich immer Gedanken machen muss. Identität, Status, Verhalten. Das sind die drei Grundpfeiler der Objektorientierung. Und ich muss die immer bewerten. Hat das Objekt eine eigene Identität? Oder hat sie nur eine Identität? Im Falle der Personen im Hintergrund ist es natürlich so, dass der angestellte Manager nur eine Identität hat. Den kann ich aus so vielen untergeordneten Personen zusammenbauen. Trotzdem bleibt es eine Person oder er ist schizophren. Mache ich dasselbe für Maschinenbaugruppen, die ich auf die Art und Weise kombinieren würde, dann würde natürlich die Identität der einzelnen Baugruppe nicht verloren gehen. Sondern es würde eine zusätzliche Identität durch den Zusammenbau entstehen. Und deswegen muss man Vererbung auch steuern können, weil sonst könnte ich eben nicht die realen Welten abbilden. Sonst wäre ich immer nur im Spezialfall gefangen. Und solange der Spezialfall für mich funktioniert, kann ich glücklich leben, weil ich musste nichts lernen. Oder der Erzeuger der Sprache hat mir das sogar abgenommen und hat gesagt, das darf der nicht benutzen. Oder aber ich lerne und dann kann ich das steuern. Und wir können das entsprechend steuern. Und deswegen ist das so wichtig, dass man hier in dieser Sache das erkennt. Und die Lösung dazu ist die sogenannte partielle Vererbung. Partielle Vererbung ist ein Begriff, der heute nicht mehr so viel verwendet wird, leider, weil es besser beschrieben hat, sondern wir nutzen das Schlüsselwort virtuell dafür. Und deswegen sprechen wir heute von virtueller Vererbung. Partielle Vererbung war, jeder von diesen kriegt eben nur einen Teil der Person in sich und kann sie entsprechend benutzen. Wie passiert das Ganze? Virtuelle Vererbung, genauso wie bei den Sichtbarkeitsregeln, wo ich gesagt habe, ich kann Sichtbarkeitsregeln nur verschärfen, nicht auflockern. Genauso muss ich die virtuelle Vererbung immer von oben machen. Das heißt, die virtuelle Vererbung hier unten kann ich nicht mehr ins Spiel bringen. Aber ich kann sie von oben reinbauen. Wir sehen hier die Person, die Klasse Person, Manager und Angestellte und hier im Diagramm das V, was dazwischen gemalt ist und hier ist das Schlüsselwort virtuell dazugekommen. Das heißt, ich bin im oberen Bereich des Vererbungsbaums hingegangen und habe gesagt, die Klasse Person ist im besten Fall nur ein Teil von mir. Ich teile mir das mit anderen. Ich bin bereit, das auch mit anderen zu teilen. Das heißt, virtuelle Vererbung immer von oben im Rombus. Wenn ich den Rombus sehe, muss immer im oberen Teil die virtuelle Vererbung passiert sein. Unten kann ich sie nicht mehr ergänzen, weil die Person ja für sich alleine schon die Klasse, also wenn ich das nicht oben gemacht hätte und ich hätte den Angestellten erzeugt, dann hätte der Angestellte die Person für sich ja schon kompletten Anspruch genommen. Deswegen muss ich es immer in der oberen Ecke machen. Das heißt, ich gehe einfach hin und sage, okay, virtuell Public, virtuell Public, bumm, und jetzt kann ich die Vereinigung machen, die unterscheidet sich nicht, ganz normale Vererbung, einfach jeweils als Public dazugesetzt und meine Klasse macht das, was wir wollen, die Existenz, die Person wird eindeutig. Das heißt, die Person schiebt sich quasi ineinander. Beide benutzen dieselbe. Im Speicherbild gesehen hätte ich die Person, den Angestellten, dann kommt der Manager, der erkennt, dass die Person schon da ist, muss also keinen eigenen Personenteil mehr aufbauen und der angestellte Manager, der mit den entsprechenden Daten, die dazukommen. Speicherabbild im Fall der vollständigen Vererbung, Speicherabbild im Fall der virtuellen oder partiellen Vererbung. Und wie gesagt, damit habe ich genau das erreicht, was ich erreichen will, die Person existiert nur einmal. Damit handele ich mir aber neue Probleme ein, das muss mir auch klar sein. Therios, eine Frage zu dem Beispiel, Klaas, Angestellte Manager, was bedeutet das Public bei der Ableitung und kann man da Private oder Protected verwenden? Das war am Anfang der Vorlesung, natürlich kann ich da, wenn ich das denn will, auch Private oder Protected verwenden, ich steuere nur die Sichtbarkeit der abgeleiteten Elemente. Hier würde das aber kontraproduktiv sein, weil ich will ja, dass sich dieser, ich habe eine Funktion, die erwartet eine Referenz auf den Angestellten, Gehaltslauf zum Beispiel, für alle Angestellten. der wird eine Referenz auf den Angestellten übergeben. Dann ist der Angestellte Manager, dadurch, dass das Public vererbt ist, natürlich in der Lage, sich auch komplett als Angestellter zu verhalten. Ich habe eine Abstimmungsrunde im Manager-Bereich, da erwarte ich eine Referenz auf den Manager. Jetzt kann ich aber mit dem Angestellten Manager da reingehen, weil der Angestellte Manager ist ja auch ein kompletter Manager, der in sich ist. Und ich habe allgemeine Funktionen, zum Beispiel Geburtstagsgröße verschicken, wo ich als Funktion dann natürlich nur eine Person angebe. Und damit muss er auch eine Person sein. Er muss sich auch als Person verhalten können. Und damit muss natürlich auch die Generalisierung offen sein, um dann zu sagen, er verhält sich als Person. Also wie gesagt, nochmal die Vorlesung später nochmal angucken. Diese Sichtbarkeitsgeschichten habe ich da wirklich nochmal erklärt, weil ich hatte sie vergessen, letzte Woche. Insofern, wieder das Angebot bei Followers, Viewers und so weiter. Ich möchte wirklich keine, ich möchte Followers, keine Frage. Also empfehlt mich weiter. Hört nicht nur zu, folgt mir auch, aber ich, wir sind keine Partner von Twitch, wir wollen auch kein Geld damit verdienen. Das ist also nur die interne Anerkennung. Natürlich auch mehr Leute zu erreichen, mehr Leuten Wissen zu geben, aber wir haben mit Sicherheit kein Interesse, Follower zu kaufen, die dann einfach nur an der Liste auftauchen, aber nicht interessiert sind am Stoffen. Also wie gesagt, einfach nochmal Revue passieren, lassen wir nochmal reingucken, da ist es erklärt. Und natürlich hat das zur Konsequenz, wenn ich da jetzt private schreiben würde, dann könnte er sich auch nicht mehr ohne weiteres zu einer Person machen. Aber hier funktioniert das. Aber wir handeln uns neue Probleme ein. Das ist das Problem. Wir haben Probleme gelöst durch die partielle Vererbung, wir handeln uns aber neue Probleme ein, die wir auflösen müssen. Und die Frage kam ja, was ist denn, wenn jetzt zwei Funktionen, ich habe jetzt hier oben eine virtuelle Funktion, Ich schreibe mal einfach nur func1. Ich implementiere hier func1 neu und implementiere hier func1 neu. Dann habe ich ein Problem. Weil die Funktion existiert ja nur einmal. Sie kommt von hier oben, die Person existiert nur einmal, also existiert auch diese Funktion nur einmal. Jetzt habe ich aber eine Implementierung auf der linken und ich habe eine Implementierung auf der rechten Seite. Und genau das kann partielle Vererbung nicht alleine auflösen. Da müssen wir helfen. Weil wir können und müssen dann natürlich hier an dieser Stelle hingehen und müssen nochmal func1 schreiben. Wir müssen eine neue Implementierung von func1 machen. Und wir müssen entscheiden, ist es diese oder ist es diese. Oder ist es was ganz anderes? Nehmen wir an, dass hier die Gehaltssumme ausgegeben wird. Und hier wird die Gehaltssumme plus einen zusätzlichen Bonus plus Tantiemen aus dieser Welt, dann würde hier das func1 natürlich nicht das sein und würde nicht diesen Wert bedeuten, sondern das wäre die Summe beider Werte. Aber ich muss entscheiden, wie der Programmierer entscheidet. Das heißt, ich muss dieses Problem auflösen, dass die Methode func1 zweimal da ist und muss sie dann für den angestellten Manager neu implementieren. Und muss sie dann zur Verfügung stellen. Das ist das Problem oder das, was an offenen Punkten da bleibt. Das zeigt sich auch ganz doll im Konstruktor-Bereich. Man kann beide verwenden. Die Frage von Gerius war, kann ich die func1 und func2 verwenden. Ich kann über den Sculpt-Operator natürlich jederzeit sagen hier Manager Doppelpunkt Doppelpunkt func1 oder hier an dieser Stelle Angestellter Doppelpunkt Doppelpunkt func1. Das heißt, ich kann über den vollqualifizierten Namen auch immer gezielt in die Hierarchien reingehen und könnte dann jetzt zum Beispiel sagen, meine neue func1 ist gleich Angestellter func1 plus Manager func1 durch zwei Drittel oder was weiß ich. Also was immer dahinter steckt an Regeln müssen wir vergeben und wir müssen entscheiden. Das kann das System nicht auflösen, weil die Funktion ist zweimal da. Auf der anderen Seite bietet genau das eine der schönsten Architekturmöglichkeiten von C++. Und das gucken wir uns im nächsten Schritt an. Zettel, Stift, wirklich überlegen. Jetzt fangen wir an Architektur zu machen, jetzt nutzen wir die Mehrfachvererbung. Welche Möglichkeiten bietet uns das? Wieder einfach ein Beispiel drauf gemalt. Ich habe eine abstrakte Klasse Basis mir mal genommen und habe in dieser abstrakten Klasse Basis eine pure virtuelle Methode FUNC1 und eine pure virtuelle Methode FUNC2. Mehr interessiert mich nicht. Hier einfach mal der Quellcode als Beispiel, um das Ganze zu machen. Ich habe einen Konstruktor, einen Kopierkonstruktor, der nichts macht, einen virtuellen Destruktor, ganz wichtig, das ist eine Vererbung, die da läuft, also brauche ich auch einen virtuellen Destruktor und ich habe meine beiden pur virtuellen Methoden FUNC1 und FUNC2. Ich gehe jetzt hin und leite eine Implementierung 1 und eine Implementierung 2 Klasse ab. Vielleicht sind das bei euch zwei Teams im Unternehmen, die nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist vielleicht technisch, das andere ist vielleicht fachlich. Wie immer das aufgeteilt wird, ich habe die Möglichkeit jetzt hinzugehen und kann das Problem teilen und sagen, pass mal auf, du Team 1, Implementation 1, du kümmerst dich um diese FUNC1 Funktion. Das heißt, ich habe hier meine Implementierung 1, Virtual Public, das ist ganz wichtig, es muss partielle Vererbung sein, Virtual Public Basis 1, ich habe den Konstruktor, der Konstruktor ruft natürlich den Konstruktor der Basisklasse auf, genauso der Kopierkonstruktor ruft den Konstruktor der Basisklasse auf und kopiert sich, ansonsten muss er nichts tun und ich implementiere jetzt die virtuelle Funktion FUNC1. Und wie gesagt, wieder zur Erinnerung, C++11 würde mir hier die Möglichkeit geben, Override hinter zu schreiben. Override würde dann dafür sorgen, zu gucken, ob in der Basis tatsächlich eine virtuelle Methode ist, nicht pur, eine virtuelle Methode ist, pur virtuell ist aber auch eine virtuelle und würde dann kontrollieren, ob ich die überhaupt überschreiben kann. Das heißt, ich habe jetzt eine FUNC1, damit sind für uns aber klar, dass diese Klasse abstrakt bleibt. Warum ist sie noch abstrakt? Gerios fragt, muss die Funktion 1 im Manager oder Angestellten auch virtuell sein, wenn sie im Angestellten Manager implementiert wird? Immer von oben muss sie virtuell sein. Wenn sie virtuell ist, nur dann macht es ja Sinn, dass sie wirklich zweimal da ist, ansonsten speziell keine Rolle, dann muss sie auch von oben her, also von der Person her virtuell sein. Dasselbe hier natürlich auch, wir haben diese virtuellen Methoden in der Basis. Und warum ist die Implement 1 noch abstrakt? Keine Ideen? Ich habe implementiert. Ich habe hier oben meine abstrakte Klasse und hier habe ich implementiert. Trotzdem bleibt diese Klasse abstrakt. ist, dass sie existiert einmal, Func1 ist implementiert, für Func1 habe ich jetzt eine konkrete Funktion, aber Func2 ist nach wie vor pur virtuell in dieser Klasse. Und damit bleibt diese Klasse eine abstrakte Klasse. Sie hat immer noch eine abstrakte Methode, die dahinter steckt. So, jetzt fange ich Implement 2 an. Hier. Und wieder VirtualPublic abgeleitet. Das ist dieses V, was hier drin steht. VirtualPublic abgeleitet. Und Konstruktor der Basisklasse aufgerufen, der irgendwas macht an dieser Stelle. Ich betone das ganz bewusst, weil das ist eine der Stellen, wo viele fluchen immer wieder und verstehen es nicht. Gruppierkonstruktor entsprechend aufgelöst und ich implementiere Func2. Also nochmal, das können im Unternehmen zwei Teams sein, die nichts miteinander zu tun haben. Die einen haben nur fachliche Aufgaben zu lösen, die anderen haben nur technische Aufgaben zu lösen. Vielleicht zum Beispiel, wir hatten mal einen Kunden, der hat Zapfautomaten hergestellt, die also quasi in der Gaststätte Bier ausschenken und so was, Getränke ausschenken. Also wirklich Zapfautomaten. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ich habe auf der einen Seite meine fachlichen Abläufe, der Kunde bestellt einen halben Liter Bier, und ich habe auf der anderen Seite meine technische Umsetzung, die sagt, Zapfe 0,5 Liter Bier. Das eine ist das betriebswirtschaftliche Betrachten, eine Unternehmensteil, das andere ist die technische Umsetzung, die mit Herstellern wie Siemens, SBS und Schlag mich tot zusammenarbeiten muss, die dann darum sich kümmert. Und ich habe vorneweg definiert und habe gesagt, in meiner Anwendung habe ich sowohl die fachlichen Konstellationen zu sagen, der Kunde bestellt einen halben Liter Bier. Ich habe aber auch meine technische Umsetzung, die sagt, Zapfe mit diesem Automaten, mit diesem konkreten Automaten 0,5 Liter Bier jetzt in das Glas, was hoffentlich darunter steht. Das ist die Geschichte. Und jetzt, wie gesagt, auch die Klasse bleibt natürlich abstrakt, weil in dem Fall habe ich zwar immer noch diese Klasse hier oben drin, die kennen sich aber nicht. Und ich habe jetzt natürlich die FUNC 1 nicht implementiert. Jetzt kann ich aber hingehen und baue eine konkrete Klasse. Hier unten, das kann ich sogar, das ist wie gesagt eine Folie, die aus dem Projektentwurf stammt, ich kann es sogar als Template definieren. Das heißt, ich baue mir bewusst ein Template und sage, ich muss also nicht alle möglichen Kombinationen abbilden. Ich kann also auch mir eine Vorlage bauen. Kriegen wir noch 14 Tage. Und jetzt kann ich natürlich diese Implementierung machen. Vergessen wir mal den Template-Teil hier drin. Und was wichtig ist, ist, ich muss jetzt die Konstruktoren neu aufrufen. Das ist wirklich das, was viele nicht verstehen, ist, ich habe hier einmal die Person konstruiert, ich habe ja hier den Konstruktor aufgerufen und ich habe den Konstruktor hier aufgerufen. Das heißt, ich initialisiere zweimal die Basis. Das kann er aber nicht, weil er hat die nur einmal. Er wüsste also nicht, nehme ich den linken, das könnte ja auch ein anderer Aufruf dahinter stecken. Ich könnte ja irgendwelche andere Zahlenwerte vorgeben. Nimmt er den linken oder nimmt er den rechten? Das kann er nicht entscheiden. Deswegen muss ich auf jeden Fall die Entscheidung wieder übernehmen und muss hier unten die Konstruktoren der Basisklassen wieder mit aufrufen. Es reicht also nicht, den an die Implementation 1 weiterzugeben und an die Implementation 2 weiterzugeben, sondern ich muss zusätzlich hier den Konstruktor der Basis mit aufrufen. Weil, welchen Aufruf sollte er sonst nehmen? Beide werden entschärft in dem Moment. Also die Basis existiert nur einmal, wird zweimal initialisiert, also werden die Initialisierungen von links und rechts aufgehoben und ich muss sie in dem vereinten Objekt neu machen. Das ist der ganze Hintergrund, warum einige sich immer schwer tun mit mehrfacher Vererbung und dann ist nicht sauber und dann meckert er da und dann muss ich den Konstruktor nochmal aufrufen. Warum muss ich den Konstruktor nochmal aufrufen? Eigentlich ist es logisch. Weil ich habe zwei Initialisierungswege nach oben. Er kann nicht entscheiden, also löst er beide auf und ich muss von unten neu initialisieren, muss also hier an dieser Stelle bewusst nochmal sagen, okay, Basis ruft den Konstruktor entsprechend auf. Aber der Janusse, das Verweigern sprachen wir Java und sie schabt die Mehrfachvererbung wegen solcher Probleme. Java hat sie verweigert, weil es technisch für einen Interpreter nicht möglich gewesen wäre, eine Mehrfachvererbung in dieser Komplexität abzubilden. Das muss man einfach verstehen. Java war und ist ja immer noch ein Interpreter, der diesen Byte-Code just in time, in dem Moment, wo er ihn braucht, übersetzt. Er macht es nicht mehr jedes Mal, also Zeile für Zeile, sondern er merkt sich dann quasi, wenn er das entsprechend vorverarbeitet hat, das, was er an Maschinencode und Schnipseln hat, eventuell auch und nutzt sie wieder und optimiert sie auch, desto länger das Programm läuft. Aber just in dem Augenblick, wo er das das erste Mal benutzt wird, interpretiert. Und das funktioniert einfach nicht. Also Java bringt viele Begründungen. Für Dinge, die man nicht umsetzen konnte, hat man nicht gesagt, ich konnte das nicht umsetzen, sondern man hat gesagt, das ist schlecht in der anderen Sprache. Eigentlich wollen wir ja möglichst dicht dran, aber das können wir nicht umsetzen. Und Mehrfachvererbung ist für Compiler eine echte Aufgabe. Das hat schon einen Grund, warum C++-Compiler im Verhältnis zu anderen Sprachen so langsam sind. Weil sie eben viel leisten. Also nicht nur das, es kommen auch die Templates dazu, mit C++20 kommen die Konzepts dazu, es kommt die Typ, also die Auswertung zur Kompilierzeit dazu, das Compiletime-Paradigma. Alles das führt natürlich dazu, dass ein C++-Compiler im Verhältnis zu vielen anderen Sprachen viel, viel, viel langsamer ist. Ich finde das dann immer lustig, die Empiradero-Partner und haben viel auf Empiradero-Veranstaltungen gesprochen, wenn die Delphi-Programmierer dann sagen, unsere Sprache ist genauso schnell. Wir kompilieren 20 Mal schneller als C++, aber was rauskommt, ist ja auch Maschinencode, der ist genauso effizient. Wo ich sage, natürlich habt ihr den Vorteil, leichter zu erlernende Sprache, schneller kompilierbar, kürzere Produktzyklen. Das spricht alles für Delphi. Aber glaubt doch nicht, dass ein C++-Compiler so lange kompiliert, weil die Entwickler von C++ dumm sind. Natürlich macht er in der Zeit was. Und das, was er macht, das führt dazu, dass das Programm besser optimiert ist, effizienter läuft, robuster läuft, schneller läuft. Das sind genau die Gründe, womit man sich das erkauft. Und wie gesagt, Mehrfachvererbung ist eben eines dieser Beispiele, was wirklich schwer vom Compiler zu verarbeiten ist. Man muss sich das überlegen, was da eigentlich passiert. Und das Faszinierende, was hier jetzt ist, wir sind fertig. Wir müssen nichts mehr tun. Wir müssen während der Konstruktion hier noch dafür sorgen, dass die mit aufgerufen werden. Aber ansonsten sind wir fertig. Wir haben hier oben eine Basisklasse, die ja im ganzen System nur einmal da ist. Das heißt, wir haben eine FUNC1, eine FUNC2. Wir haben hier eine Implementierung von FUNC1, wir haben hier eine Implementierung von FUNC2. Das heißt, diese Klasse, die hier unten ist, wird automatisch zu einer konkreten Klasse. Beide Eltern sind jeweils noch abstrakt, weil dem einen fehlt die FUNC1, dem anderen fehlt die FUNC2. aber die konkrete Klasse, die durch die Mehrfachvererbung entstanden ist, die ist tatsächlich vollständig. Partielle Vererbung, vollständige Klasse unten. Das führt dazu, dass wenn wir jetzt auch nicht mehr entscheiden müssen, weil wie gesagt, FUNC1 wird immer die aufgerufen, FUNC2 wird immer die aufgerufen, weil die hat ja gar keine FUNC2. Es gibt über eine partielle vererbte Klasse diese ganze Sache eben nur einmal. Und das nennen wir, ganz oft Ping-Pong entwickeln, Ping-Pong programmieren. Also dieses Konstrukt erlaubt das, die Bälle immer hin und her zu spielen und zu sagen, ich kann jetzt hingehen und kann eine bestimmte Sache lösen. Hier kann ich eine andere Sache lösen. Die Komplexität der Software wird kleiner, weil hier gezielt nur das eine Problem gelöst wird, hier gezielt das andere Problem gelöst wird. Das heißt, die Gesamtkomplexität meiner Software wird kleiner. Aber in der Vereinigung von beiden Klassen entsteht eine neue, jetzt konkrete Klasse. Und von dieser konkreten Klasse können wir natürlich dann auch eine Instanz bilden und können die entsprechend aufrufen. Sie kann sich als Implementierung 1 verhalten, sie kann sich als Implementierung 2 verhalten, sie kann sich als Basis verhalten. Und von der Basis kommt, hat sie einmal das Funktionspaar Funk 1 und Funk 2, das jeweils über die Zweige implementiert, nach unten vereinigt ist. Das ist das, was C++ so wunderschön macht an der Stelle für Architekten. Und warum wir ganz viele der Pattern auch nicht brauchen dadurch. Weil C++ das von der natürlichen Sprachstruktur her abbildet. Wann nutzen wir Vererbung? Wir hatten unsere Klasse Bekannte gestern schon mal begonnen, wir hatten ein Datum dazu gemacht und hatten gesagt, okay, Person, der Bekannte ist eine Person plus dem Datum. Wir hatten also so ein bisschen angefangen damit in der Übung und das gucken wir uns jetzt noch mal ganz kurz an und vergleichen das miteinander. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit zu vererben oder eine Komposition, Aggregation zu machen. Also eine Beziehung herzustellen. Wann machen wir was? Und generell gibt es keinen richtigen Ansatz. Das ist das Schlimme daran. Weil natürlich können wir als Architekten uns für das eine wie auch für das andere entscheiden. Und es gibt immer Vor- und Nachteile bei der ganzen Geschichte. Das muss uns auch klar sein. Wir können natürlich hingehen und können das ganze Problem in einer Klasse lösen. Nennen wir es mal das ist ein Monolithen. Das haben wir früher gemacht. Das hat schon immer funktioniert. Wir bauen eine einzige Klasse und in die eine einzige Klasse und bauen wir Name, Vorname, Geburtsdatum rein. Geburtsdatum haben wir ja nicht. Also sagen wir Tag, Monat, Jahr und bauen quasi da das Geburtsdatum raus. Und wir nehmen Straße, Ort und Postleitzahl mit rein und dann haben wir auch eine Anschrift von dem Bekannten. Funktioniert. Können wir mit programmieren. Gar keine Frage. Das müssen wir gar nicht diskutieren. Also das funktioniert. Es ist nicht wirklich gut wiederverwendbar. Wir haben bestimmte Funktionen, die wir jetzt gezielt programmieren. Aber das ist wie der Datenbanken normalisieren zum Beispiel. Es wird ja auch erzielt Normalisierung. Das haben die Alten gemacht. Das brauchen wir heute nicht mehr. Bullshit. Natürlich ist es auch heute noch wichtig, weil es geht auch um Wiederverwendung. Es geht um Datensparsamkeit von bestimmten Dingen. Und das wäre so ein typischer Fall, weil irgendwo anders hätten wir eine andere Klasse und da hätten wir auch ein Datum drin. Und wir würden auch in dieser Klasse monolithisch sagen, Tag, Monat, Jahr, dann haben wir das Datum drin. Weil ich das Datenbankproblem angesprochen hatte. Ich hatte mal beim Kunden eine Remodellierung gemacht. Die hatten ganz viele Adressen in einem Satz drin. Die hatten eine Lieferadresse, eine Rechnungsadresse, eine Wohnadresse, noch eine Lieferadresse. Und hatten die alle hintereinander in dem Satz. Da gab es also eine LI1-Straße, LI2-Straße, RE-Straße, RE-Ort. Die hatten das über Namen abgegrenzt und hatten das ganz viel drin. Weil die hatten eben nicht das getrennt. Und wie gesagt, noch mal, relationale Datenbanken normalisieren, hat auch sehr viel mit objektorientierter Programmierung zu tun. Und vom Denken her, ein NDT-Relationship-Modell ist nichts anderes als ein Objektmodell. Ich habe NDTs, NDTs, das sind Objekte, NDTs, Sets, das sind Klassen. Und ich habe Relationships, das sind die Beziehungen. Generalisierung in der Datenbank ist Irr-Beziehung, ist Irr hatten wir schon ganz oft, Vererbung, Generalisierung. Ich kann aber auch eine Komposition machen. Deswegen ist das nicht voneinander entfernt. Ein sauber, strukturiertes, normalisiertes System in der Datenbank ist auch ein wohlstrukturiertes System im Programm. Und immer überlegen, ein isoliertes Problem, ich habe nur Bekannten, ich möchte denen vielleicht zum Geburtstag eine Glückwunschkarte schreiben, mehr soll mein Programm nicht tun, dann würde diese Lösung tatsächlich funktionieren. Würde gut funktionieren. Nur wäre das so gut wie nicht wiederverwendbar. Und machen wir uns auch wieder nichts vor, Software lebt auch von der Wiederverwendbarkeit. Wir sind die einzige Branche, die virtuelle Werte produktiv umsetzen kann. Natürlich Geldbranche, Kreditwesen, auch das sind alles virtuelle Werte. Aber wir können virtuelle Werte tatsächlich kopieren und wiederverwenden. Also wollen wir auch Wiederverwendung machen und ein Monolith, Wiederverwendbarkeit, das ist wie Himmel und Hölle. Das passt nicht zueinander. Deswegen kann ich natürlich anfangen und sagen, okay, das was wir gestern ja auch gemacht haben, ich definiere mir zumindest schon erstmal eine Personenklasse und leite den Bekannten davon ab. Personenklasse, Name, Vorname haben wir gestern gemacht. Tag, Monat, Jahr, Straße, Ort, Postleitzahl. Ich kann also die Person schon wieder verwenden. und der Bekannte ist eine Person. Das heißt, auch in unserer natürlichen Sprache ist das eine Generalisierung. Generalisierung ist Vererbung, bietet sich also an. Einfache Vererbung, Person, Bekannter. Ich könnte jetzt natürlich auch hingehen und könnte sagen, ich mache eine Komposition. Ich verzichte auf die Vererbung. Ich definiere mir meinen Bekannten. Der benutzt eine Person. Der benutzt ein Datum, schon ein Datum als eigene Klasse und der benutzt eine Anschrift. Natürlich auch die Anschrift als eigene Klasse. Und das Ganze komponiere ich zueinander. Ich baue eine Aggregation da draußen. Das hat den Nachteil, also es funktioniert. Auch das funktioniert. Wiederverwendung, auch das funktioniert. Ich habe einmal Personengeschichten, ich habe einmal Datum, aber ich müsste hier bestimmte Aufrufe immer wiederholen. Das wäre der erste Nachteil. Der zweite Nachteil wäre natürlich, dass dieses Ist-Irr weg ist. Das heißt, der Bekannte könnte sich nicht mehr in die Person umwandeln, so ohne weiteres. Das heißt, wenn ich jetzt allgemeine Funktionen hätte, die mit dieser Personenklasse arbeiten können als Parameter, könnte ich eine Instanz des Bekannten nicht mehr an diese Funktionen geben. Weil das automatische Typumwandeln von der abgeleiteten zur Basisklasse hin ja nicht da ist. Wir haben ja keine Basisklasse. Wir haben nur ein Datenelement Person. Aber auch das funktioniert. Wenn ihr euch entscheiden solltet, ein Problem auf die Art und Weise zu lösen, ist das ein gültiger Ansatz. Ihr müsst nur Vor- und Nachteile abwägen. Das ist immer ganz wichtig. Das durch nicht erzielen, das darf man nicht oder das ist falsch. Das kann durchaus Vorteile geben, wo das tatsächlich eine Rolle spielt. Nehmen wir an, zwei Personen, die plötzlich mit im Spiel sind. Und, und, und. Also, wie gesagt, ich würde es nicht tun, das ist auch nicht logisch an der Stelle aus meiner Sicht, aber es ist durchaus ein gültiger Ansatz. Und unter den Zielen, die der jeweilige Entwickler mit dem System hat, oder der jeweilige Architekt, kann das ein gültiger Ansatz sein. Das ist jedenfalls eine Komposition. Jetzt könnte ich auch hingehen und sagen, Mehrfachvererbung. Wir haben ja gelernt. Ich nehme jetzt einfach diese drei Klassen, die ich habe, eine Person, ein Datum und die Anschrift und sage, ich mache Mehrfachvererbung. Auch das ist technisch möglich. Über die Fachlichkeit lässt sich wieder streiten, aber es ist ein gültiger Ansatz. Aber der Bekannte ist ein Datum. Der Bekannte ist eine Anschrift. Ist er das wirklich für mich? Also, was ist, wenn ich, wieder, jetzt will ich wirklich mehrere Anschriften haben. Jetzt hat er eine Wohnanschrift und ich möchte die Anschrift der Freundin mitspeichern. Dann hat er vielleicht noch eine Arbeitsanschrift. Was ist, wenn ich nicht nur das Geburtsdatum speichern will und ich würde sagen, die Person ist ja das Datum, dann habe ich ein alles beherrschendes Datum. Aber ich möchte zum Beispiel auch das Datum speichern, weil ich ihn kennengelernt habe oder weil er eine Hochzeitstag hat. Das würde aber verloren gehen, weil der Bekannte ist ja das Geburtsdatum durch diese Mehrfachvererbung. Was unstrittig ist, der Bekannte ist eine Person. Der wird immer eine Person bleiben, egal in welchem Kontext ich ihn sehe, ist ja immer dieselbe Person. Das heißt, hier ist wirklich eine Generalisierung hinter. Das heißt, der Bekannte ist eine Person, aber die anderen beiden Vererbungen, auch wenn ich die Möglichkeit habe, technisch habe, mehrfach Vererbung zu machen, macht modelltechnisch eigentlich keinen großen Sinn an dieser Stelle. Insofern kann ich das natürlich miteinander verbinden und kann sagen, architektonisch, ich habe verschiedene Beziehungen, ich habe das jetzt rausgearbeitet, den Status, der dazugehört, die eigentlichen Bindungskraft, die dazugehört und definiere jetzt für mich das Modell und sage, okay, der Bekannte ist eine Person und er nutzt das Geburtsdatum, die Klasse Datum. Und jetzt könnte ich auch weitere Datumsfelder ergänzen. Ich habe die Anschrift und benutze hier die Klasse Anschrift. Und so haben wir gestern ja schon begonnen, in dem Beispiel. Wir hatten ja gestern schon gesagt, wir werden noch mal wieder hierher zurückkommen. Was ich gesagt habe, ich habe die Person noch mit Charakterfeldern, weil wir noch kein String hatten in der Übung. Wir haben den Bekannten und der Bekannte hatte zusätzlich das Geburtsdatum als Datumsfeld, was als zusätzliche Klasse da war. Soweit waren wir gestern gekommen, die Anschrift hatten wir nicht mit im Spiel. Wir haben gestern in der Übung nur diesen Teil gemacht. Das ist das Schöne am Programmieren, dass wir die Illusionen und die Strippen in der Hand halten. Wir müssen immer nur überlegen, welche Möglichkeiten haben wir in der Sprache. Einfachvererbung, Mehrfachvererbung, Komposition. Identität, ganz wichtig. Identität ist das also wirklich eine entsprechende Klasse. Verhalten, was nachimplementiert werden muss und verschiedenen Kodexen, wo wir dann die Möglichkeit haben, virtuelle Methoden oder Early Binding Methoden zu haben, zu überschreiben oder zu überladen. Und natürlich die Datenelemente, die jeweils dazukommen und beachtet werden müssen. Jetzt machen wir es mal selber. Checken wir mal, ob ihr wach seid wieder. Wir wollen grafische Objekte programmieren an dieser Stelle und müssen jetzt überlegen, was haben wir vielleicht wollen wir Rechtecke, nehmen wir mal Rechtecke und Zirke, also Kreise. Wir wollen Rechtecke und Kreise programmieren auf dem Bildschirm. Gibt es das oder gibt es was, was diese Elemente gemeinsam haben? Wir wollen sie auf dem Bildschirm zeichnen. Ich habe meine weiße Fläche hier, nehmen wir sie mal so und ich möchte hier jeweils Objekte zeichnen. Was haben diese Objekte gemeinsam? Das Zeichnen. Winkelfläche, das sind schon wieder alle Spezialfunktionen, okay. Winkelfläche, aber was haben sie wirklich an konkreten Informationen gemeinsam? Was kann ich konkret schon über die sagen? Also wir haben ein grafisches Objekt mit ganz vielen Winkel, ist schlecht, aber wir haben natürlich eine Fläche, das heißt, wir sollten hier auch eine Funktion Fläche zur Verfügung stellen, pur virtuell, wir wissen ja nicht, was dazu kommt, wir haben vielleicht, ja, wir haben Umfangen, pur virtuelle Methode, wir wollen zeichnen, ich schreibe jetzt mal Englisch Dror, wissen wir aber auch noch nicht zu. Das sind alles pur virtuelle Methoden. Aber was haben wir konkret von jedem dieser grafischen Objekte, haben wir überhaupt schon was Konkretes? Fläche ist in Formen, ja, aber nochmal, Fläche, ich kann relativ schnell eine Berechnung schreiben und kann mir die Fläche des Rechtecks bestimmen, ich glaube, A mal B, und ich könnte mir relativ schnell die Fläche des Kreises bestimmen, aber das haben sie nicht gemeinsam. Wir haben beide eine Fläche, deswegen kann ich ja hier eine pur virtuelle Methode reinschreiben und sagen, später muss es implementiert sein, das heißt, wenn ich ein konkretes Objekt habe, dann kann ich auch konkrete Aussagen zur Fläche machen, aber abstrakt, oben, als jedes grafische Objekt ist natürlich die Fläche nicht berechenbar. Mittelpunkt und Außenkanten, also Mittelpunkt, wir haben eine Location, es gibt einen konkreten Punkt, der ist unterschiedlich, der wird aber umdefiniert, das heißt, ich könnte jetzt hingehen beim Rechteck und könnte den Mittelpunkt nehmen, ich könnte beim Rechteck aber auch das grafische Objekt an den Außenpunkt legen. Den Kreis werde ich natürlich wahrscheinlich auf den Mittelpunkt legen, aber konkret hat jedes dieser grafischen Objekte eine Koordinate XY, also hier haben wir pur virtuell, hier haben wir konkrete Daten und genau das unterscheidet ja Java und C-Sharp, die ja keine konkreten Daten in den Interfaces stecken können. Wir können aber sagen, es gibt ein X und es gibt ein Y. Was haben Sie denn noch gemeinsam? Das haben Sie jetzt wirklich gemeinsam, ich lösche das mal weg und ich sage hier mal, wir nehmen eine andere Farbe und mal den Kreis mal grün. Was haben Sie noch gemeinsam? Gerhard schreibt Höhe, Breite, Linien, Linienfarbe. Andreas, das ist der Punkt, Außenkant interessiert uns nicht aber die Linienfarbe, wir haben eine Farbe. Wir haben eine Farbe. Auch eine konkrete Information, das kann ein Enium sein mit Farbcodierung, das kann ein RGB-Wert sein, der abgelegt ist. Sie haben nicht alle die gleiche Farbe, aber Sie haben alle eine Farbe. Was haben Sie alle gleich? Das trug, jetzt nicht zu technisch werden, wir bleiben auf einer ganz einfachen Ebene. Was haben Sie alle gleich? Das würde man ja hier als Leinwand bezeichnen, Canvas. Ich möchte aber gar nicht kompliziert werden, aber Sie haben alle dieselbe Hintergrundfarbe. Ich schreibe es mal englisch, Backcolor, ansonsten wird es zu lang. Und das ist natürlich, weil Sie das alle gemeinsam haben, eine Static-Information. Was will ich denn von dem grafischen Objekt noch? Wenn ich das zeichnen kann, ich habe ja eben so gemacht, jetzt ist es weg vom Canvas. Wenn ich ein Programm schreiben wollte, was solche Dinge abbildet, dann habe ich nicht nur das Draw, dann habe ich auch das Hide. Was kann ich denn noch mit dem grafischen Objekt auf meiner Oberfläche machen? Und wie gesagt, vergesst Rechteckkreis, was kann ich mit dem grafischen Objekt noch machen? Ich habe eine Möglichkeit, Hide zu machen, ich habe eine Möglichkeit, ein Draw zu machen, also sollte ich hier auch einen Buhl'schen Wert haben, Visible, ist das Objekt im Moment sichtbar? Aber was könnte ich noch mit so einem grafischen Objekt auf der Oberfläche anfangen? Verschieben. Ja, verschieben, das war die Frage. Verkleinern und vergrößern ist mir jetzt schon wieder zu kompliziert, aber auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber was ist denn die Methode Verschieben? Gucken wir uns doch mal die Methode Verschieben an. Wie implementieren wir die? Und wo implementieren wir die? Wir haben eine Methode, ich schreibe es mal hier unten hin, Move Dx, Dy. Ich möchte also mein Objekt in der Horizontalen und Vertikalen verschieben, also habe ich Dx und Dy-Koordinaten. Muss ich dazu wissen, ob das ein Rechteck oder ein Kreis ist? Brauche ich die Information über das konkrete Objekt? Beziehungsweise die Position Koordinaten plus Abstand? Nein, das ist genau der Hintergrund. Ich brauche diese Information nicht. Weil ich kann das relativ einfach machen, ich nehme mal diesen grünen Kreis hier weg und kann sagen, if visible, dann halten. Dann kann ich sagen, x plus ist gleich Dx, y plus ist gleich Dy und jetzt wieder if visible, dann draw. Und damit habe ich meinen Move fertig. Und das Move kann ich für jedes grafische Objekt implementieren. Das kann ich oben in der Basisklasse implementieren. Ich habe zwar keinen Height und ich habe keinen Draw, weil die Methoden sind hier ja noch virtuell. Aber ich weiß, wenn es eine konkrete Klasse gibt, wenn es eine Instanz gibt, dann müssen alle virtuellen, pur virtuellen Methoden implementiert worden sein. Und damit kann ich diese konkrete Methode Move tatsächlich auch in die Klasse schon mit reinsetzen. Und das ist wieder einer der ganz großen Unterschiede zwischen C++ und echter Vererbung und eben nicht Interfaces. Wenn das ein reines Interfaces wäre, dann könnte ich a, die Daten nicht da drin haben, und b, ich könnte keine Methoden da drin haben, keine konkreten Methoden, weil diese Methode ist natürlich konkret. Sie arbeitet eben nur mit den pur virtuellen Methoden, die dann aber später in einer Instanz auf jeden Fall implementiert worden sind. Und so haben wir jetzt mal ganz einfach modelliert. Und der Chat hat mal gelebt. Also das ist einfach das, was wir damit machen können. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an der Praxis an. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich gehe mal wieder zurück. Dieses grafische Objekt haben wir. Aber ich möchte das einmal mit der VCL umsetzen und ich möchte das einmal mit OpenGL umsetzen. Als Beispiel. Vielleicht möchte ich es einmal auch mit DirectX umsetzen. Also mit Windows, Grafikoptimierung. DirectX, ja, dadurch, dass Microsoft auch mit im Spiele-Sektor ganz doll mitmischt, natürlich eine sehr gute, leistungsfähige, schnelle Grafik, mit der man zaubern kann. Und das auch in der Universal-App. Also in einer Applikation, die dann sowohl auf der Xbox als auch auf dem PC lauffähig ist. Das ist der Vorteil von DirectX. Jetzt möchte ich mich aber nicht festlegen. Ich möchte das Ganze so implementieren, dass ich einmal mit der VCL, auch die VCL bietet ja grafische Funktionen, oder mit FireMonkey, mit FMX zum Beispiel beim C++-Bilder. Der bietet mir ja einen echten 2- und 3D-Layer an. Das ist also eine echte Grafikoberfläche mit entsprechenden Möglichkeiten. Aber ich möchte eben doch, wie gesagt, mir das offen halten, das mit OpenGL und DirectX umzusetzen. Was ist VCL, kommt die Frage. Das ist für alle, das ist Visual Component Library. Das ist die Bibliothek, mit der der C++-Bilder, also quasi das QT des C++-Bilders. Auf eine ganz einfache Art. Weil es ist also eine Oberflächenbibliothek, die in Delphi geschrieben ist, die im C++-Bilder zur Verfügung steht, um eben Formulare zu erzeugen, aber eben auch zu zeichnen. Da gibt es ein Canvas und viele andere Sachen. Genauso wie FireMonkey auch eine der Bibliotheken von Empagadero ist, die im übergeordneten Segmenten auftauchte plötzlich für Applikationen. Die machen das übrigens genauso, dass sie sowohl OpenGL als auch DirectX unterstützen im Hintergrund. Das ist also kein eigener Grafik-Layer, aber funktioniert halt wie ein Grafik-Layer. VCL ist cool, macht aber abhängig. Ich habe eine andere Meinung. Sie macht abhängig, da sind wir uns erstmal einig drüber. Wenn Verwendung der VCL führt zu hochgradig abhängigen Code, wenn man andere Dinge gesehen hat, ist sie manchmal auch nicht mehr so cool. Das ist natürlich immer die Frage, was hat man für einen Blickwinkel gehabt bisher. Also es gibt einen relativ schnellen Einstieg ohne großartig Investitionen in das eigene Wissen. Ich kann eben sofort mit kleinen, einfachen Beispielen beginnen und kann langsam in die Programmierung reinwachsen. Das ist der ganz große Vorteil der VCL. Aber wie gesagt, wir haben unsere Implementierung, wir wollen das für mehrere Sachen umsetzen und jetzt haben wir unser grafisches Objekt hier oben. Ich habe XY, Color haben wir, Visible haben wir, Backcolor haben wir, das haben wir statisch herausgearbeitet, das ist genau das, wo wir angekommen sind. Wir haben unsere Methode Draw und Hide, also zeichne das Objekt und verberge es, jeweils als pur virtuelle Methoden und wir haben die konkrete Methode Move XY. Und wie gesagt, jetzt machen wir Objektorientierung, wie wir sie nur in C++ machen können. Ich gehe jetzt hin und sage, ich habe meinen Zirkel und ich habe mein Rechteck. Für den Zirkel, welche Informationen brauchen wir zusätzlich, jetzt haben wir es aufgemalt, nur den Radius. Also ein Kreis, ich habe einen Punkt, XY habe ich ja schon, von meinem grafischen Objekt. Ich kann mit der Information Radius jeden Kreis zeichnen. Jetzt mal die Linienstärke und sowas lassen wir wecken. Rechteck brauche ich, wir haben auch keinen Winkel im Rechteck, wir wollen nur gerade Rechtecke zeichnen, deswegen reicht mir an dieser Stelle die Information X und Y. Ansonsten müsste ich noch einen Winkel mit reinbauen, ich müsste das Rechteck noch an der Position drehen, wäre auch nicht weiter kompliziert, aber lassen wir hier einfach weg. Jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte. Ich definiere mir hier einfach eine neue Klassik Graflip. Ich will ja mehrere Bibliotheken unterstützen. Ich möchte auf der einen Seite fachlich Kreise und Rechtecke darstellen und vielleicht noch mehr. Auf der anderen Seite technisch möchte ich das auf ein bestimmtes Framework setzen. Und ich möchte nicht abhängig werden davon. Wir waren ja dabei, VCL, cool, macht abhängig. Wir wollen gerade die Abhängigkeit nicht. Also suche ich mir die Funktionalität raus, die ich erwarte. Wichtig ist immer, wenn man so eine Sache macht, braucht man, wir sprechen immer von Sandwich-Prinzipen oder Salami-Prinzipen. Das heißt, wir legen die eigentliche Funktion immer in so eine Klammer. Das heißt, wenn ich so eine Bibliothek zur Verfügung stellen will, dann muss ich da ja auch irgendwelchen Code schreiben, mit dem ich das Ganze initialisiere und einstelle und vorbereite. Und da ich nicht weiß, ich kenne ja die konkrete Bibliothek nicht. Also definiere ich mir an dieser Stelle einfach eine Methode init. Und pur virtuell ist gleich null, weil ich ja nicht weiß, wie das konkrete Framework das umsetzen wird. Und ich will einen Kreis, also umgekehrt, wenn ich fertig bin, muss ich mich auch wieder, muss ich Ressourcen freigeben, eventuell, muss ich Sachen aufräumen. Das weiß ich auch nicht, wie das aussieht, ist aber auch weiter kein Problem, weil später bei der Implementierung weiß man es. Also definiere ich mir hier an dieser Stelle einfach ein Free. Ich habe also mein Sandwich eingepackt, meine Salamischeibe zwischen die beiden Toastscheiben gepackt. Auf der einen Seite init, bereite alles vor und auf der anderen Seite Free, räume hinter dir auf. Und jetzt bleiben die Methoden übrig. Ich habe ja nur Kreis und Rechteck, was anderes interessiert mich nicht und da sind wir wieder dabei. Immer wenn wir Wunschlisten definieren, immer nur das nehmen, was wir brauchen. Wir werden immer dazu verleitet, das zu nehmen, was wir können. Ich möchte nur Zirkel und Rechteck zeichnen. Also mehr interessiert mich nicht. Also definiere ich mir hier eine Funktion Rectangle und Zirkel. Für die Funktion Rectangle brauche ich XY, meine grafische Position habe ich. Breite, Höhe habe ich im Rechteck selber gespeichert und die Farbe, mit der er das Ganze zeichnen soll. Ich weiß aber wieder nicht, ich habe ja keine Informationen über die konkrete Implementierung. Ich weiß nicht, ist das QTT, ist das OpenGL, ist das DirectX, ist das irgendwas noch Propitäres wie die VCL und FireMonkey, ist das eine ganz andere grafische Bibliothek, die irgendwie mir jemand auf dem Markt zur Verfügung stellen wird. Ich weiß es nicht. Also, pur virtuelle Methode. Warum muss ich kein Hide machen? Hide in dem Kontext, wir vergessen jetzt auch mal überlappende grafische Formen, alle sind voneinander getrennt auf dem Bildschirm, ist ein ganz einfacher Fall. Warum brauche ich kein Hide? Warum brauche ich nur das Zeichnen? Das Hide ist ja nichts anderes als Zeichnen dasselbe nochmal mit der Hintergrundfarbe. Die Backcolor habe ich ja auch statisch für alle. Ich kann jedem Element eine eigene Farbe geben, aber der Hintergrund ist für alle der gleiche und damit kann ich natürlich einfach das Kommando geben Rechteck verbergen ist nichts anderes als es mit der Hintergrundfarbe zu zeichnen. Die Funktion habe ich. Ich habe jetzt also eine Funktion Rectangle definiert und eine Funktion Circle definiert. Ich habe keine Information über das konkrete Objekt. Also ist gleich Null. Und jetzt schließt sich der Kreis warum man das Ganze als Pingpong programmieren nennt. Von der Architektur her warum man immer als Pingpong bespricht. Wir haben jetzt den Ball auf eine andere Seite gespielt. Wir können jetzt nämlich hingehen und können sagen der Zirkel und das Rechteck die erben auch hier haben wir es virtuell die grafische Bibliothek. Das könnte in dem Falle wirklich eine Protected oder auch eine Private Vererbung sein. Private würde ich nicht machen da würde ich es wirklich als Protected machen. weil wir wollen ja eventuell auch noch in den abgeleiteten Klassen da dran. Aber wir vererben das Ganze. Und jetzt können wir hingehen und können hier eine Methode Draw und Height implementieren. Weil Draw wie gesagt ist nichts anderes als irgendwann am Anfang wurde Init aufgerufen und jetzt zu sagen Zirkel XY Koordinate habe ich R ist der Radius habe ich die Farbe habe ich auch also kann ich mithilfe dieser Funktion den Kreis zeichnen. Ich kann also auf der fachlichen Seite alles umsetzen. Ich kann hingehen und kann sagen auf der fachlichen Seite ich implementiere jetzt mithilfe von dieser neuen Schnittstelle hier alle Probleme. Und dasselbe trifft natürlich auf das Rechteck zu. Das Rechteck macht ja nichts anderes als die Methode aufzurufen Rektangel XY holt er sich vom grafischen Objekt WH hat er selber Color holt er sich wieder vom grafischen Objekt und damit kann er das Rechteck zeichnen. Das heißt ich kann Draw und Height entsprechend umsetzen. Trotzdem sind diese Klassen natürlich noch abstrakt. Hier sind wir fertig. Diese Klasse ist komplett fertig. Wir haben das Problem verlagert, Pingpong, auf die andere Seite gespielt und haben gesagt, okay, pass mal auf, das hat ja eigentlich mit meiner fachlichen Umsetzung nichts zu tun, dass hier ein neues technisches Framework mit ins Spiel kommt. Deswegen baue ich mir eine Wunschliste zusammen, was ich von diesem grafischen Tool erwarte. Inet Free Rectangle Circle und diese Klasse erbe ich Mehrfachvererbung mit in meine Klasse, die hier jeweils die fachlichen Aufgaben löst. Und bezogen auf diese Klasse hier sind diese Objekte vollständig. Aber wir haben uns das erkauft. weil wir haben immer noch abstrakte Methoden mit im Spiel. Wir haben immer noch die abstrakte Methode Rectangle Circle Init und Free die natürlich hier mit reingekommen sind. Deswegen bleiben diese Klassen hier auch abstrakt. Nicht mehr über diese Klasse. Dieses Abstrakt hier ist erledigt. Aber über diese Klasse aus diesem Abstrakt hier alle diese Methoden sind ja nach wie vor nicht implementiert. Wir haben den Ball nur auf die andere Seite gespielt. Aber wie gesagt, nochmal, das ist gerade wieder, wenn Teams zusammen arbeiten und ich kriege immer graue Haare, wenn ich das sehe, dass da hunderte von Programmierern ineffektiv zusammengewürfelt werden, ohne Architekturvorstellung, gerade auch im Java-Bereich, frisch von der Uni auf der fachlichen Seite weiter arbeiten und ich habe hier einzelne Leute, die kann ich mir einkaufen. Gerios war das, glaube ich, der gefragt hat, was ist die VCL? Ich habe bisher nie was mit der VCL zu tun gehabt, also hole ich mir Andreas, der kann VCL. Und jemand anders hat vielleicht schon OpenGL programmiert, hat aber mit meiner fachlichen Sache auch nichts zu tun. Aber dann hole ich mir den OpenGL Mann und sage, pass mal auf, hier, OpenGL, das ist deine Aufgabe. Was OpenGL noch kann, ist mir völlig egal. Was muss passieren, damit ich damit starte, was ist das Innet, was muss passieren, wie ich es aufräume, wie zeichne ich den Kreis, wie zeichne ich das Rechteck, mach es für mich. Und alles, was noch geht, interessiert nicht, sondern er hat eine ganz gezielte Aufgabe, die er borgen, weil er hat ja nur die Aufgabe, isoliert dieses Teil hier umzulösen. Das heißt, all diese Quelltexte, die hier vielleicht hinterstecken, verlassen nie das Haus, wenn ich das nach außen gebe, eine externe Firma. Deswegen Pingpong, wir haben den Ball weggespielt. Und das kostet auch nicht mehr Zeit, wir kriegen da auch keinen bottleneck rein, weil nochmal C++ Daten vereinigt in eine Struktur, wir haben also genau die Daten, die wir brauchen. Diese Informationen, die kommen dazu, das heißt, unser Datenobjekt hat nicht mehr Daten. Und wir haben auch nicht ein Oberhead an Funktionen, weil wir haben ja nur immer eine Funktion. Oder eben virtuelle Tabellen und dann hinter jeder virtuellen Tabelle, hinter jeder Implementierung über virtuell einen neuen Eintrag. Aber C++ ist ja gerade nicht so, dass es die Objekte mit den Methoden verbindet, sondern wir haben ja den Sys-Zeiger, der einfach verdeckt übergeben wird. Das heißt, wir haben durch diese Aufteilung keine zusätzlichen Umformungen oder sowas. Wir verlieren keine Zeit in diesen Schnittstellen, wie das in anderen Sprachen ist. Wo man immer gesagt hat, ich war mal in einer Rotshow in Hamburg, ich kann mich noch daran erinnern, da hat mir ein alter Programmierer, alt hört sich immer gut an, wenn ich das jetzt sage, ich war damals aber 15 Jahre jünger, da hat mir ein alter Programmierer gesagt, das hat früher schon nicht funktioniert, Herr Hildmann. Also da verlieren wir so viel Zeit in den Transformationen, in den Schichten und das funktioniert nicht. Wo ich gesagt habe, weiß ich ganz genau, das funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen erstmal Pause und habe den Vortrag eingespielt als Pausenumrahmung, wie reite ich ein totes Pferd? Mit dem Effekt, dass der Kollege den Saal verlassen hat und nie wieder gestört hat. Weil das kostet keine zusätzliche Zeit, sowas zu zerlegen, weil die Objekte, die entstehen, sind genau mit dem bestückt, was passiert und die Funktionen, die aufgerufen werden, sind genau die Funktionen, die dazugehören. Wie gesagt, jetzt kann ich hingehen und kann sagen, okay, ich möchte das für die VCL implementieren, da habe ich ein Datenelement Canvas, jedes Formular hat einen eigenen Canvas, das kann ich einfach übergeben, die Frage ist ja, wo möchte ich hinzeichnen, also brauche ich dieses Canvas Element dazu und ich kann jetzt das Init und Free implementieren und ich kann das Rektangel und das Zirkel implementieren. Das ist eine konkrete Klasse, die hier entsteht, hier ist kein A mehr dran. Diese konkrete Klasse implementiert das komplette Verhalten oben. Die kann getestet werden, unabhängig getestet werden, auch immer ganz wichtig, wir müssen in der Lage sein, unsere einzelnen Module unabhängig testen zu können, Unit-Tests, ähnliches zu machen. Das können wir hiermit machen, wir können die komplette Funktionalität dieser Klasse unabhängig von der linken Seite testen. Auch das wichtig, wenn wir es als externen Auftrag vergeben würden. Es entsteht eine konkrete Klasse. Wichtig ist, auch hier steckt natürlich eine partielle Vererbung hinter. Wir haben jetzt zwei Rumpen, die entstehen im besten Fall oder mehrere oder mehrere sogar. Sie können viele Rumpen haben in der Programmierung. Das heißt, hier, dieses grafische Objekt, hier haben wir schon virtuelle Vererbung, das heißt, das existiert egal wie, nur einmal. Weil nochmal, hier drüber entsteht ja im schlimmsten Fall auch eine Rumpenform. Und die Graph-Lib existiert auch nur einmal. Die ist hier unten aber schon konkret. jetzt habe ich gesagt, diese Klassen hier sind bezogen auf das grafische Objekt schon vollständig. Das, was ihnen gefehlt hat, sind die Methoden auf dieser Seite. Davon hat sie überhaupt nichts gehabt. Da wollte sie das Verhalten ja auch nur benutzen. Sie will ja gerade nicht hingehen und will dieses Verhalten in irgendeiner Weise adaptieren, erweitern oder ähnliches. Sie will es benutzen. Das heißt, alle diese virtuellen Methoden, pur virtuell, Methoden sind hier mit eingeschlagen. Jetzt haben wir aber hier auch den Rhombusen. Da haben wir ihn. Das heißt, aber auch in beiden Vererbungszweigen wieder partielle Vererbung. Das heißt, auch das grafische Objekt existiert in diesem Konstrukt nur einmal. Und wie gesagt, noch mal, Battleneck, alles vergessen. Hart zusammengeschmiedet, zusammengefügt, das ist wie so ein Blatt mit Teilen, Feder, wo jedes Teil passend aufeinandersetzt und sich passend zueinander bewegt. Deswegen ist C++ so schnell als Programmiersprache. Das heißt, das grafische Objekt existiert nur einmal. Diese Klasse ist vollständig bezogen auf das Objekt auf das Graf Objekt. Das heißt, wenn ich hier diese Vererbung vereinige als partielle Vererbung, ist diese Klasse hier unten konkret. Sie hat alle Methoden des grafischen Objektes implementiert mit Hilfe der virtuellen Methoden der Graf Lib und die Graf Lib VCL hat alle Methoden implementiert, die von der Graf Lib kommen, ist also vollständig. Damit muss dieses Element hier unten auch vollständig sein. Also fertig sein. Und dasselbe trifft natürlich auf den Zirkel zu. Auch der Zirkel VCL hat natürlich hier diese Rombus Formen. Der Rombus muss nicht von 4, der kann auch über eine 5. oder 6. Klasse definiert sein. Also immer wenn ich eine gemeinsame Basisklasse in mehreren Zweigen habe, die sich nach unten wieder vereinigen, zieht dieses Problem oder diese Möglichkeit. Ich würde es nicht mehr als Problem bezeichnen. Das gibt mir genau diese Möglichkeit. Hier kann ich in einer heilen C++ Welt ein Template definieren. Ich definiere mir gar nicht mehr Zirkel VCL sondern ich definiere mir ein Template mein Objekt mit zwei Template Parametern. Das eine ist ein Abkömmling des grafischen Objekts und das andere ist ein Abkömmling der GraphLib. Und wie gesagt, wenn ihr euch ein bisschen mit C++ beschäftigt, C++ 20 hat ja die Konzepts gebracht, das sind solche Einsatzfälle, dass ich sagen könnte, ich definiere mir hier drauf ein Konzept, ich definiere mir hier drauf ein Konzept und dann kann ich schreiben, sogar ohne diese Template Syntax und könnte schreiben, der erste Parameter, deine erste Basisklasse ist ein grafisches Objekt, nicht die abstrakte Klasse, sondern mein Konzept da drauf und die zweite Basisklasse ist mein Konzept auf der grafischen Lib und als Parameter während der Instanzierung gebe ich entweder den Zirkel oder das Rechteck oder die Gerade und was ich immer ergänze ich kann beliebig im Fließbandmodus neue Objekte ergänzen und das zweite Objekt ist dann die technische Implementierung entweder die VCL oder QT oder OpenGL direkt programmiert oder DirectX direkt programmiert und das Ganze ohne jeden Zeitverlust am Ende in der Ausführung weil da eben nicht mehr ich rufe ja nur eine Methode egal wie das Ganze kombiniert wird es existiert auch nur eine Methode in diesem konkreten Objekt die da aufgerufen wird keine Transformation zwischen den Welten nichts geht nur durch echte Mehrfachvererbung das wäre noch ein Interface da sind wir uns einig drüber das könnte noch ein mögliches Interface sein aber hier reden wir von einem konkreten Objekt was dieses Interface implementiert und was jetzt hier über die Mehrfachvererbung reinläuft und das ist der Grund für diese ganzen obskuren Pattern wo man versucht genau das nachzubilden mit Observer und was weiß ich was und sagt wir können das Ganze nicht aber deswegen bauen wir einfach ein Wahnsinnsgeschütz wo Studenten tagelang brauchen um das zu verstehen weil man die Sprache kastriert hat die das eigentlich abbilden konnte anstatt den Leuten diese Sprache beizubringen und zu sagen vergesst das andere weil hier das ist die Realität so bildet sich tatsächlich die reale Welt ab und wir können es wir müssen eben nur lernen und das macht C++ so spannend und so schnell und das ist ein Grund warum so viele Sachen immer noch in C++ programmiert sind obwohl die Sprache schlecht ausgebildet wird und immer weniger Nachwuchsprogrammierer da sind warum sie einen schlechten Ruf hat und immer schlecht gemacht wird bei jeder Gelegenheit ob es eine alte Sprache ist veraltet die entwickelt sich der neue Standard kommt nächstes Jahr mit wieder neuen Eigenschaften dazu wie gesagt C++ 20 mit Konzepts mit Modulen mit Range Bibliothek ist erst 2020 verabschiedet worden wir haben also eine Wahnsinnsentwicklung in dieser Sprache wie in kaum einer anderen Sprache und immer wieder haben alle anderen sich gegen C++ gerieben und haben diesen schlechten Ruf erzeugt schwer zu lernen ist sie sie ist schwerer wir haben mehr Möglichkeiten aber jetzt wieder ein ganz böser Vergleich dann nehmen wir den Löwen der in Afrika in der Savanne lebt und der jeden Tag auf Yacht gehen muss und muss sich Fleisch fangen und er muss um sein Weibchen kämpfen oder das Weibchen beschlagnahmt ihn das kann ja auch passieren das passiert uns ja auch und auf der anderen Seite haben wir den Löwen der irgendwo im Zoo lebt hinter Gitterstäben der hat nicht mehr die Freiheiten nicht mehr die Möglichkeiten aber der muss auch nicht mehr loslaufen und muss nicht mehr jagen und das Weibchen bringen sie dem sogar vorbei wenn der Zoo einen neuen Nachwuchs braucht und regelmäßig guckt ein Tierarzt ob er gesund ist das ist der Vergleich zwischen der gebremsten Programmiersprache wo Möglichkeiten weggeschnitten wurden und auf der anderen Seite die Möglichkeiten die in der Programmiersprache wie C++ uns gibt aber natürlich müssen wir mit dieser Freiheit lernen umzugehen aber dann haben wir diese Freiheit auch und können sie ausnutzen und wie gesagt dann entstehen solche einfachen Sachen die im Moment vielleicht noch Ohrenrauschen erzeugen aber sie sind eben wirklich so einfach wie sie hier dargestellt sind unter dem Verstehen partieller vollständiger Vererbung pure virtuelle Methoden konkrete abstrakte Klassen und dem Ganzen vereinigen was dazu gehört und wie gesagt wenn ich mir jetzt einen Werkstudenten hole mein bösen Spruch immer und sage du pass mal auf du hast Erfahrung und kannst OpenGL programmieren programmier mir das in OpenGL dann gibt er mir einen Preis und sagt ich brauche da einen halben Tag für weil das ist ja wirklich gar nicht kompliziert pass mal auf 200 Euro und ich mache es dir fertig dann sage ich freuderingend ja gib mir hier hast du die 200 Euro mach mir das fertig und ich muss nichts anderes machen als diese konkrete Klasse die isoliert testbar war nochmal muss sie quasi in meine Vererbung hier einbauen und schwupps läuft mein Programm plötzlich gegen OpenGL die VCL Variante lässt sich mit dem Compiler vielleicht nicht übersetzen aber damit sind wir auch aus der Abhängigkeit raus da sind wir ja wir können die coolen Sachen benutzen die uns Spaß machen ohne dass wir in die Abhängigkeit geraten wenn wir die Sprache nutzen und ich habe das mehrfach gesagt auch Kuti ist fremd gebeten also auch Kuti unterliegt ja nicht meinen Entscheidung wenn ich also jetzt OpenGL machen würde und hier würde sich in OpenGL was ändern dann würde meine Klasse vielleicht nicht mehr kompilierbar sein aber ich könnte mir wieder isoliert und das ist genau der Hintergrund die White and Emperor ich habe ein isoliertes Problem dann dieses isolierte Problem tritt nur in dieser Klasse auf also kann ich mir auch jemanden holen der dieses isolierte Problem löst Ping Pong etwas zu Entwurfsmustern ich habe es ja im Grunde genommen schon angesprochen Singleton ist einfache globale Variable in C++ ich muss keine Singleton schreiben und ich hatte das ja auch gesagt eine der teuersten Fehlentscheidungen die ich in meiner beruflichen Laufbahn von anderen erlebt habe war ja dass man ganz viele Singleton ganz viele Klassen zusätzlich an Prüfklassen geschrieben hat die man dann noch falsch über Singleton instanziert hatte weil die Vorgabe lautete die Prüfmethode darf nur einmal da sein was ja per Design so ist wenn ich in einer Klasse eine Prüfmethode hatte dann würde die ja nur einmal da sein das hatten wir ja gerade gelernt weil es wird ja immer der Sys-Parameter übergeben das passiert aber auch beim Singleton da wird auch die wirkliche Klasse zum Prüfen übergeben so dafür hat man aber Millionen ausgegeben deutsche Steuergelder weil der Architekt das nicht gewusst hat und gesagt hat nee das muss ja die Vorgabe sein und ich habe im Architekturbuch gelesen ich darf ja keine globalen Variablen nehmen das kommt dann auch noch dazu natürlich dürfen wir globale Variablen in C++ nehmen wir können sie nämlich nehmen wir haben sie in Java gibt es keine globalen Variablen dafür müssen wir Singletons schaffen und dann erzählen sie uns wir dürfen keine globalen Variablen mehr verwenden nimmt dafür einen Singleton gibt keine Begründung so mal natürlich C++ uns auch die Möglichkeit gibt ja sowas wie Compile-Time-Optimierung zu machen Compile-Time-Initialisierung zu machen auch mit globalen Variablen wir können also ein Const-Init machen ab C++ 17 oder 20 20 glaube ich und insofern ist das Singleton in vielen Fällen in C++-Programmen überflüssig nur der Missbrauch der globalen Variablen führt dann natürlich zum Problem das heißt wenn ich viele globale Variablen zerstreut im Programm und dokumentiert habe dann habe ich ein Problem aber das habe ich mit vielen Singletons auch Besucher und Stellvertreter sind da um eben mehrfach Vererbung zu umgehen das heißt das sind Pattern die gebaut werden um eben eine Mehrfachvererbung zu simulieren die man nicht hat aber wenn wir dann gezwungen werden und bauen in unsere Software diese Pattern mit ein frage ich mich allen Ernstes warum nicht die Mehrfachvererbung selber nehmen hier ist der Punkt wo wir nächste Woche weitermachen mit den Typumwandlungen ich kann euch versprechen in C++ kann man aus dem Auto ein Haus machen und das ist auch gut so das gucken wir uns nächste Woche an warum das Ganze so ist warum können wir aus dem Auto ein Haus machen und warum funktioniert das auch sicher und stabil durch die Sachen das ist ein Thema was wir nächste Woche fortsetzen Fragen Studenten brauchen immer Geld ich brauche aber einen Studenten Werkstudenten der 200 Euro haben will aber Werkstudenten findet man wirklich einfacher das ist schon so wie ja wie Mr. Brigg schreibt die brauchen immer Geld und die sind natürlich glücklich darüber wobei auch Werkstudenten nicht mehr so preiswert sind also wenn ich jetzt sage die kriegen wir eingefangen für Summe X dann ist das natürlich nur noch bedingt möglich oder eben bei den Werkstudenten die ja doch nicht ganz so qualifiziert sind wie man es gerne haben möchte ansonsten waren und sind Werkstudenten ein beliebtes Arbeits Instrument von Firmen natürlich auch weil sie sozialversicherungspflichtig und steuerpflichtig eventuell günstiger gehandhabt werden können und damit günstiger werden obwohl sie ich hatte auch als Student schon meine erste Firma ich hatte also schon als Student erst angefangen auf Honorarbasis und dann später tatsächlich eine Firma zu melden und entsprechende Aufgaben zu übernehmen und da richtig Crashprogrammierung zu machen also von Firmen quasi eingeflogen zu werden die nächsten Tag ausliefern müssen aber nicht ausliefern können weil das Programm nicht mehr kompilierbar ist so ungefähr und dann ist man als Werkstudent auch mit einem roten Teppich empfangen worden und dann die erste Frage war wollen sie einen Kaffee haben oder einen Tee oder brauchen sie irgendwas können wir ihnen irgendwas Gutes tun und das war schon eine interessante Zeit Andreas sagt ich habe keine Fragen du willst der Frage nach den Fragen vorweg kommen ich bin mal gespannt auf die Übung nächsten Montag da bauen wir das natürlich zusammen erios es war wieder eine Menge guter Stoff gerade die partielle Ableitung kannte ich noch gar nicht das habe ich in der Fachhochschule nicht gelernt traurig wurde auch interessant also ich habe zwei Lernfehler gemacht für C++ das eine war die partielle Vererbung und das andere waren die Templates und es war März 1996 ich habe den Vortrag gehalten vom Vorstand und Bereichsleitern und Entwicklern wo es um das neue Lebensversicherungssystem ging und ich habe in diesem Vortrag wirklich erklärt partielle Vererbung und Templates brauchen wir nicht und drei Tage später saßen wir im Brainstorming zusammen in der Entwicklergruppe es gab auch früher schon sowas wie Deli Ranz und saßen zusammen und ich hatte für jeden eine Vorlage fertig gemacht und hatte gesagt pass mal auf du hast deinen Teil so umzusetzen du hast deinen Teil so umzusetzen und wir hatten das am Ende versucht zusammenzubauen und es passte nicht zusammen es passte nicht ich habe es nicht hingekriegt und ich habe mich tierisch geärgert und bin abends nach Hause gefahren und ich habe damals in Potsdam gearbeitet direkt am Park von Sankt Sussi am Voltaireweg und habe in Klado gewohnt zu dem Zeitpunkt schon und da kann man halt nördlich aus Potsdam rausfahren dann fährt man gleich an die Havel ran und an der Havel ist eine ganz kleine schmale Straße die einen dann nach Berlin reinführt und ich bin immer lieber die kleine Straße gefahren weil das ist sportlich auch ein bisschen anspruchsvoller und bin dann wirklich ausgestiegen und bin anderthalb Stunden an der Havel spazieren gewesen und habe die Wellen rauschen lassen und habe mich geärgert und bin dann hatte auch kein Handyempfang und insofern war ich zwischendurch vermisst und bin dann wieder nach Hause gekommen und habe mich nur kurz in mein Arbeitszimmer begeben und habe mir den Storstrup genommen und wir hatten das Thema ja gestern die Bücher die auf dem Tisch liegen hier mittlerweile es gibt ja auch noch einen dritten Storstrup von ich habe also drei Storstrupps tatsächlich oben stehen aber das ist einmal der vorletzte und das ist der letzte Storstrup und wie gesagt aus diesem hier sind ganz viele Teile entfernt worden damit die Sprache in dieses hier reinpasst das heißt hier haben wir noch weniger Seiten das ist noch echt das ist noch Edison Wesley gewesen aber eben viele 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 Dinge die Storstrup so schöne Sachen geschrieben hat die sind entfernt worden unter anderem schreibt Storstrup Individuen der Einsatz von Design im hier beschriebenen Sinne prämiert fähige Designer und Programmierer die Auswahl der Designer und Programmierer wird somit zu einem kritischen Aspekt für den Erfolg einer Organisation klar habe ich Hochleistungsprogrammierer gute fähige Programmierer die entsprechend Sachen zusammenbauen dann ist das natürlich ein Erfolgsfaktor ich habe mit meinem Team die waren alle unerfahren im Dreivierteljahr ein Lebensversicherungssystem geschrieben ich sage auch heute noch dass das was zum Beispiel bei diesem großen wo 150 Java Programmierer zwei Jahre lang ein bestimmtes Modul geschrieben hätten hätte ich mit 5, 6 Leuten im halben Jahr das fertig haben können eben unter der Maßgabe des richtigen Designs der richtigen Architektur natürlich hängt der Erfolg der Organisation auch immer von der Fähigkeit ab Architektur und Design zu beherrschen und es fängt auch oder hört oder fängt damit an dann zu führen vorzuleben das heißt wenn der Architekt das Handwerk nicht beherrscht sondern nur Kästchen hin und her schieben kann aber nicht selber mitmachen kann dann hat er auch das Vertrauen seiner Leute nicht und wenn er das Vertrauen nicht hat das ist der Grundbaustein Manager vergessen oft dass Organisationen aus Individuen bestehen es ist eine weit verbreitete Vorstellung dass Programmierer gleich und austauschbar sind dies ist ein Trugschluss der eine Organisation zerstören kann indem viele der effektivsten Einzelpersonen verjagt und die restlichen Mitarbeiter dazu verdammt werden weit unter ihrem Potenzial zu arbeiten Individuen sind nur dann austauschbar wenn es ihnen nicht gestattet ist Fähigkeiten einzusetzen die über das für eine Aufgabe erforderliche Minimum hinausgehen insofern ist das Märchen von der Austauschbarkeit inhuman und an sich verschwenderisch das ist der alte Storstrup da hat also wirklich so eine Sprüche mit reingehauen und auch das Programmierermanagement solange es zumindest etwas sinnvoll ist machen die meisten Menschen das wozu sie aufgefordert werden falls insbesondere im Kontext eines Softwareprojektes bestimmte Vorgehensweisen erwartet und andere bestraft werden werden nur außergewöhnliche Programmierer und Designer ihre Karriere aufs Spiel setzen um das zu tun was sie angesichts von Konflikten Gleichgültigkeit und Bürokratismus des Managements als richtig erachten daraus folgt dass eine Organisation eine Struktur haben sollte die das Einhalten von Design und Programmierzielen belohnt dies ist allerdings viel zu oft nicht der Fall und so weiter und Fußnote eine Organisation die ihre Programmierer als Idioten behandelt wird bald nur noch Programmierer haben die sich wie Idioten verhalten also Storstrup ist wirklich eine Offenbarung und auch die Älteren lohnen sich noch das ist nicht mehr das aktuelle C++ das ist halt C++98 mit Neuauflage und STL aber mit ganz vielen Anekdoten und Vergleichen aus der Software Welt die damit eingeflossen sind auch warum bestimmte Dinge entstanden sind dadurch dass die Sprache C++11 so viel mächtiger gemacht hat so viel reichhaltiger gemacht hat hat er das Buch neu geschrieben und hat alles das entfernt was nicht mehr Primärsprache ist das ist schade das ist wirklich schade weil damit natürlich solche Randbemerkungen die man gerne benutzt in Vergessenheit geraten sind und auch das ist ein interessantes Buch aber auch mörderisch veraltet aus dem Jahre 1994 das ist das Buch was ich mal geschrieben habe als Markt und Technik auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat ob ich denn ein C++ Buch schreiben kann und damals steht die objektorientierte Programmierung ist heute bereits die Programmiertechnik der 90er Jahre 1994 trotzdem wird insbesondere in unserem Land in nur wenigen meistgroßen Firmen objektorientiert entwickelt warum was bedeutet es die Probleme objektorientiert zu lösen wird die Entwicklungszeit verkürzt oder die Leistungsfähigkeit der Produkte erhöht diese Fragen soll das vorliegende Buch auf einfache Art und Weise beantworten aber wie gesagt das ist natürlich vor C++98 geschrieben viele Dinge die hier beschrieben sind sind mittlerweile natürlich veraltet aber es ist schon interessant was in den Jahren alles passiert ist mittlerweile würde ich mich ja eher als ein Verfechter der funktionalen Programmierung sehen wir Anhänger der objektorientierten Programmierung diese gibt es immerhin schon seit 1966 fühlten uns lange Zeit wie der berühmte einsame Rufer in der Wüste das hat sich geändert OOP ist in OOP Literatur auch doch etwas fehlt den meisten Werken und es ist zu schwach vertreten etwas dass ich die objektorientierte Denke nennen möchte zugegeben dieser Ausdruck ist wissenschaftlich nicht haltbar aber es ist ein Anspruch ich musste das andere C++ Buch schreiben natürlich auch das bessere in aller Bescheidenheit weil wie gesagt ich immer versucht habe vom Verständnis her zu kommen und nicht von der Syntax also auch das mal ein Ausflug in die Welt und man kann auch mit Buch schreiben tatsächlich gutes Geld verdienen sind die Bücher von Bjarne in Deutsch übersetzt worden ja gibt die natürlich auf Englisch auch schneller auf Englisch da gibt es auch ein Problem muss man dazu sagen die älteren Bücher sind ja alle bei Edison Wesley erschienen auch er schreibt heute noch unter Edison Wesley in den USA aber Edison Wesley hatte entschieden keine deutschsprachigen Bücher mehr zu bringen um 2010 drum herum und jetzt kam das Buch C++11 bei Edison Wesley und insofern hat das tatsächlich vier Jahre oder drei Jahre gute drei Jahre gedauert bis eine Lösung gefunden wurde und das ist glaube ich beim Hansa Verlag Hansa oder Hanser ich weiß das gar nicht Hanser Verlag erschien das Schöne an dem Buch ist man hat auch einen Code für einen PDF weil das ist tatsächlich das einzige Buch was ich auf dem Tablet gelesen habe auf der einen Seite weil es mir die Möglichkeit gibt natürlich schnell zu springen und zu suchen auf der anderen Seite weil das Ding scheiße schwer ist und wenn man auf Toilette ist oder irgendwo auf der Couch sitzt denn dieses schwere Buch immer zu haben und zu halten ist eine echte Zumutung und da ist tatsächlich ein E-Book-Reader oder eben das Tablet die bessere Wahl um dieses Teil zu lesen weil es so schwer ist nicht schwer der Kost das ist es auch aber Storstrup ist natürlich immer schwer aber eben auch wirklich im Gewicht immer dieser Storstrup kommt hier von Abstand ja Storstrup ist die Koryphäe schlechthin und wie gesagt nochmal Programmiersprachen wie Java C-Sharp Javascript Python basieren alle auf der geistigen Entwicklung von Storstrup er war derjenige der gesagt hat okay wir nehmen C weil es gibt schon Millionen Zeilen C-Quellcode wir haben ganz viele C-Entwickler C ist was den Weg zur Maschine betrifft also das Blech wie wir immer sagen eine der guten Sprachen gewesen wo ich wirklich hingekommen das hat ja einen Grund warum so viel in C geschrieben ist das alles nutzen wir aus und wir nutzen den Mechanismus von Simular nicht von Smalltalk von Simular und bauen damit Interfaces zusammen und definieren quasi C mit Classes das hieß es ja ursprünglich und die Entwicklung dann das auch gleich zu teilen mit HP und vielen anderen Firmen sofort zu öffnen könnte man sagen war ein taktischer Fehler von ET&T andere Firmen haben Monopol aus Sprachen gemacht ET&T hat damals gesagt interessiert uns nicht ist nicht unser Gebiet verteilen das verteilen das tausch dich mit anderen aus und insofern kam von Anfang an ganz viel Input rein gerade von HP aber nicht nur von HP sondern von ganz vielen Firmen die dann ihre fachlichen Anforderungen da auch mit reindefiniert haben und wie seit Anfang der 90er Jahre denn Stevenson der die SDL-Gedanken mit reingebaut hat der hat sich schon 20 Jahre mit Bibliotheken mit der perfekten Bibliothek beschäftigt und hat dann gesagt mit ADA kriege ich es nicht hin ADA ist auch die Entwicklung am Ende trifft sich mit dem C++ Komitee mit Bjarne Storstrup setzt sich an einen Tisch und sie entwickeln verändern die Sprache so dass C++ eben diese Standard Bibliothek die das heute so so schnell und reizvoll macht weil wir müssen ja nicht mehr auf dem Metall programmieren wir können ja schon sehr wohl mit mit abstrakten Algorithmen und Containern arbeiten und das ist eben wirklich dazugekommen und insofern ist das was an Visionskraft hinter Bjarne Storstrup steht wirklich einmalig insofern sind seine Bücher wie die Bibel für Programmierer nicht nur für C++ aber natürlich gerade für C++ und das ist auch ein Grund warum das im C++ Umfeld so wenig Bücher gibt weil Bjarne Storstrup natürlich eine Machtdominanz natürlich kenne keinen erfahrenen C++ Programmierer der nicht einen Storstrup im Schrank stehen hat das ist wie gesagt wie die Bibel für C++ leider muss man wieder dazu sagen er wird ja nun auch immer älter und ist immer noch aktiv im Standardisierungskomitee aber es wäre jetzt natürlich auch gut wenn er nochmal eine Auflage von seinem Buch schreiben würde integriert eben wirklich mit C++ 14, 17 und 20 14 ist nicht so schlimm da ist nicht viel dazugekommen 17 ist auch noch überschaubar aber gerade C++ 20 bringt natürlich auch gerade die Konzepts und die Konzepts das ist ja sein Projekt wieder wirklich wieder sein Projekt was er wollte und wo er fast mal aus der Standardisierung ausgeschieden wäre wäre im Bösen weil das aus C++ 11 rausgenommen wurde aus 14 rausgenommen wurde aus 17 rausgenommen wurde weil es immer noch nicht fertig war und jetzt mit C++ 20 haben wir es gekriegt und wirklich ein riesen Schritt nach vorne um gerade als Anfänger stabiler Software zu schreiben so noch Fragen Andreas hat schon gesagt dass er keine Fragen hat die Bücher sind auf Deutsch verfügbar das hatten wir auch Andreas sagt ja auch der läuft ja oft über den Weg wenn du dich mit ich kenne wirklich keinen erfahrenen C++ Programmierer der Storstruck nicht im Schrank stehen hat in irgendeiner Form das gibt auch ein schönes Buch das ist leider auch aus den 90er Jahren Evolution und Design von C++ da beschreibt er wie die Sprache entstanden ist er beschreibt nicht wie die Sprache ist sondern er beschreibt wirklich die Geschichte also wer wann wo wie welche Impulse in die Sprache reingebracht hat warum das genommen wurde warum andere Sachen nicht in die Sprache integriert wurden und das ist ein Buch das kann man abends auch zum Einschlafen lesen weil es eben immer noch ein bisschen fachlich ist aber doch mit ja es geht um die Geschichte von C++ na gut dann wollen wir dass wir heute belassen Freitag wieder unser Talk unsere Frage und Antwortrunde mal gucken ob ich was vorbereite mit dem wir zumindest erstmal einsteigen können beim letzten Mal hat es sich dann ja wirklich aus den Fragen getrieben und das ist eigentlich der für mich schönste Tag eigentlich weil ich auch am meisten dann sehe von euch hat Storstrup C++ mit 20 geschrieben aber den nicht auf Deutschen also es gibt ganz viele Bücher dann nehme ich alles zurück also wenn C++ 20 von Storstrup gibt hat er es mittlerweile geschrieben und dann sollte man auch drüber nachdenken dann habe ich ein neues Buch auf meiner Wunschliste aber wie gesagt es ist wirklich ein Unterschied von wem man die Bücher kauft und Storstrup ist unendlich dicht dran an der Entwicklung mit unwahrscheinlich viel Wissen aber auch Storstrup sagt ja es gibt kein C++ Programmierer der die ganze Sprache beherrscht also das muss man auch klipp und klar dazu sagen wir alle beherrschen nur partiell die Sprache wir würden gerne alle mehr lernen aber deswegen hört das auch nie auf deswegen macht es auch Spaß dass man sich immer noch mit neuen Sachen beschäftigen kann naja Ulrich Brehmann ich habe auch ein anderes schönes C++20 Buch heute gesehen es kostet allerdings auch richtig viel Geld von einem Trainer wo ich schon beim überlegen bin ob ich mir das hole ist aber nur auf Englisch dann da wie gesagt das ist ja auch Lernen Lehren ist ja auch eine ganz große Diskussion als ich auf der ADC++ gewesen bin letzte Woche vorletzte Woche ist das schon so lange her keine Ahnung letzte Woche da wurde ja auch diskutiert und da war unter allem doch der Herr Kaiser der gesagt hat man dürfte Studenten kein C mehr beibringen am Anfang und wie kann man eine C-Vorlesung vorneweg machen ich würde immer die C-Vorlesung vorneweg machen mit den Grundlagen der Programmierung einfach aus diesem Hintergrund zu sagen C++ ist eben auch C und natürlich ich kann viele Dinge nur aus dem C-Kontext verstehen eben weil der Schnittstellenprinzip anders ist weil wir Argument-dependent nehmen look up haben weil Strukturen von C in C++ auch Klassen sind und insofern ist es auch da immer akademisch eine Frage es gibt natürlich eher Bücher die aus der einen Richtung kommen und versuchen von den Grundlagen die Sprache verstehen zu erklären und andere die nur die Syntax beschreiben ohne wirklich zeigen zu wollen was man damit macht und was aus meiner Sicht immer wichtig gewesen ist deswegen war ja auch mein Buch das andere C++ Buch ist immer das Warum auch zu erklären also nicht nur das Wie und Markt und Technik hatte mich damals auch gefragt ein zweites Buch zu schreiben bevor sie dann als Markt und Technik aufgehört haben zu existieren die wurden ja dann von Panasonic gekauft und von Panasonic sind sie dann auch irgendwie weitergegangen also die letzten Checks für das Buch habe ich tatsächlich von Panasonic gekriegt und die haben gleich beschlossen dass keine deutschen Autoren mehr verlegt werden sondern nur noch englische Übersetzungen kommen aber da war mein ich würde noch ein Buch schreiben klar aber nur noch über Architektur also nicht mehr über die Sprachsyntax sondern nur noch über das Wie im Programm gebaut wird und warum man bestimmte Dinge macht und seit dann ist es nicht mehr zustande gekommen und irgendwann habe ich die Firma gegründet und mit der Firma habe ich genügend zu tun gehabt um eben wirklich nicht mehr auf die Idee zu kommen und zu sagen ich müsste jetzt noch ein Buch schreiben dafür mache ich jetzt den Videokurs und das ist glaube ich ebenso viel als wenn ich ein Buch schreiben würde okay mir hat Spaß gemacht ich hoffe ihr habt alle viel mitgenommen ein bisschen was Neues dazugelernt ein bisschen was aufgefrischt vielleicht auch ganz Neues gelernt für einige die vielleicht noch nie mit C++ zu tun gehabt haben wie gesagt immer nicht versuchen die Vergleiche sondern C++ ist eine individuelle Sprache mit anderen Konstrukten viele nutzen eine ähnliche Syntax aber sind eben was die Architektur der Sprache betrifft anders insofern guckt euch das Ganze nochmal an für alle die vielleicht später dazugekommen sind wieder der Hinweis wir haben den YouTube Channel den gleichnamigen Adek Scholar YouTube Channel da haben wir den Desktop und hier ist YouTube hier sind wirklich die alten Vorlesungen auch vom letzten Semester alle nochmal drin also Grundlagen der Programmierung mit C und hier haben wir eine Grundlage der Programmierung mit C 16 Vorlesungen am Stück wo wirklich auch von der Pike an begonnen ist die Übungen die dazugehören alle Vorlesungen die jetzt schon gelaufen sind das ist glaube ich die achte die wir jetzt haben das heißt die sieben Vorlesungen davor sind auch nochmal da auch Hinweise auf das Semesterprogramm auf das Pausenprogramm was wir gemacht haben und auf das Vergleichsprogramm finden sich hier nochmal und ganz unten das ist ja der Startpunkt gewesen die Vorträge zur Umwelt und Verantwortung der Umwelt ich habe heute gerade wieder eine Einladung gekriegt auf einer Podiumsdiskussion mitzusprechen Anfang Juli Green IT Datendigitalisierung im neuen Zeitalter und habe Ende Juni vom Bundesumweltamt eine Einladung gekriegt auf einem Arbeitsworkshop Standardisierung von Software und der Energie Gesichtspunkten und dass ich mich seit vielen Jahren mit dem Thema wirklich beschäftige und sage wir vergoiden zu viele Ressourcen mit unserer IT ohne Sinn und Verstand durch schlechte Programmierer schlecht ausgebildete Programmierer schnell ausgebildete Programmierer anstatt zu überlegen wie kann ich sowas besser machen hier der Vortrag Verantwortung für die Umwelt und der Reaktionsvortrag da drauf wir haben auch den Discord Server um Fragen zu stellen und Sachen zu besprechen und ähnliche Sachen zu machen und alle drei sind natürlich für euch offen ihr könnt daran teilnehmen ich freue mich über jeden Follower der wirklich interessiert ist also nicht gekauft das Thema hatten wir ja sondern der jeden der wirklich interessiert ist und wenn ihr die Informationen habt und ihr habt Kommilitonen Mitschüler das richtet sich ja bewusst nicht nur an die Arbeitenden die schon im Profileben stehen sondern eben auch an Studierende und auch an Lernende also auch an Schüler die schon sehr früh Programmiersprachen lernen können und auch sollten um da ranzugehen und zu sagen teilt die Informationen und gebt den Leuten die Möglichkeit kostenlos das Wissen zu erhalten so dann euch einen schönen guten Abend erholt euch ich hoffe wir sehen uns am Freitag wieder Freitag unser Talk Montag planmäßig wieder die Übung nächste Woche Mittwoch die nächste Vorlesung Thema hatte ich gesagt wir starten mit den Typ Umwandlung und machen aus Autos Häuser und das funktioniert sogar bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.